Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 430. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei die Fachfrau Patricia. Hallo. Und der Duke. Ja, servus, hallo. Wir wollen ja diesen Namen hier weiter etablieren. Ja, ja, sehr gut. Immer weiter. Irgendwann schaffen wir es so weit, dass er tatsächlich dann auch vielleicht mal in deinem Personalausweis steht. Ich werde es versuchen, auf jeden Fall. Erster Schritt. Erster Schritt. Genau, Künstlername. Kann man doch, glaube ich, den Personalausweis eintragen lassen, oder? Ja, ja. Kann man. Ich weiß es nicht. Mein Personalausweis ist seit Oktober letzten Jahres abgelaufen und ich habe noch keinen neuen beantragt, weil ich irgendwie nicht so großen Bedarf habe, erst zu so einem Fotoladen zu gehen, um so ein biometrisches Passbild machen zu lassen, weil ich die A, Potten hässlich finde und B, das jetzt gerade nicht so die beste Zeit ist, finde. Und ich auch gerade wenig Bedarf habe tatsächlich, mich da aufs Amt zu begeben, um einen Personalausweis zu beantragen. Markus, wird das Ordnungsamt nicht gerne hören, wenn du das hier so preisgibst, aber so ist es. Ich weiß nicht, wo ich bin. Und falls doch, liebes Ordnungsamt, wenn Sie hier vorbeikommen, bringen Sie einfach ein paar so mit. Haben wir alle weniger Stress mit. Ja, wir sind heute hier in kleiner Illustra-Runde und wollen gleich ein bisschen über Fußball reden, aber natürlich, wie wir immer anfangen seit Wochen, starten wir auch diese Woche wieder mit Housekeeping. Und ja, was habe ich gesagt? Februar, geiler Monat. Ihr habt uns echt krass unterstützt und die, die uns im Februar noch nicht unterstützt haben, haben sich gedacht, holt mal Bier und haben jetzt noch mal draufgelegt. Allen voran der Thomas, der Thomas und der Oliver kamen mal mit kleinen spontanen Sonderspenden noch um die Ecke. Von daher, der März sieht auch bislang extrem gut aus. Vielen, vielen Dank für all den Support, den ihr hier Woche für Woche, Monat für Monat da lasst. Vielen, vielen Dank, dass ihr helft, dieses Produkt hier so zu unterstützen. Vielen Dank. Tatsächlich die Typisierung jetzt in Form von diesen Wangenabstrichen. Also ihr kriegt quasi so ein Typisierung-Set mit so zwei, wie man sie heutzutage von Corona-Tests eher kennt. Schäbchen mit so Wattebauschen obendran. Damit könnt ihr einen Wangen-Innen-Abstrich machen und das einschicken und dann werdet ihr quasi da drüber typisiert. Also ihr müsst gar kein Blut abgeben. Und weil wir auch letzte Woche das Thema mit, wie aktuell sind denn die Daten gesprochen haben. Man muss tatsächlich die Daten manuell aktualisieren bei der DKMS, aber dafür gibt es ein sogenanntes Formblatt oder so ein Formular, so ein Webformular, was ihr ausfüllen könnt. Und das verlinken wir euch einfach mal in den Shownotes. Falls ihr das jetzt hier hört und seid dort quasi in der Datenbank eingetragen und ihr wisst, dass ihr seitdem mal irgendwie umgezogen seid, dann gebt denen da vielleicht einfach die aktuellen Daten über das Formblatt und dann ist auch alles wieder gut. Gut, so, das waren noch die zwei Nachträge, die kamen zu unserem Themenblock von letzter Woche. Und da müssen wir, glaube ich, über das sprechen, was da am Wochenende in Stuttgart Frankfurt auf dem Fußballplatz passiert ist. Wir haben gespielt gegen den VfB, 1 zu 1. Ich glaube, wenn wir im Vorfeld gesagt hätten, das Spiel geht unentschieden aus, wären wir alle zufrieden gewesen. Jetzt mit dem Spielverlauf im Kopf, wie zufrieden bist du denn am Ende nach diesen etwas mehr als 90 Minuten, Patricia? Ja, nicht so ganz. Also ich fand es, also ich, erst mal vorneweg, ich habe das Spiel nur so mit halbem Auge verfolgt, weil ich nebenbei noch ein bisschen arbeiten musste. Ja, so ist das. Von daher kann meinen Eindruck auch täuschen. Es war aber für mich zumindest so, dass diese zwei Halbzeiten wieder so ein bisschen auseinander gingen. Also die erste Halbzeit war relativ dünn von beiden Mannschaften, zumindest vor dem Tor. Ich fand, das war viel im Mittelfeld, viel hin und her schon, aber halt ohne zwingende Szenen. So, ich weiß nicht, die Eintracht hatte da, glaube ich, woran ich mich erinnere, ein, zwei Torschüsse, wo man sagt, ja, das hätte was werden können. Und dann in der zweiten Halbzeit wurde das, finde ich, besser, vor allem dann gegen Ende. Also da hat man dann schon gemerkt, dass die Eintracht will, dass die Eintracht drängt, es aber irgendwie nicht geschafft hat, doch noch den Sieg zu holen. Was dann letztendlich auch ein bisschen ärgerlich war, auf die letzten Minuten bezogen. Wenn ich es nach der ersten Halbzeit beurteilen würde, wäre so ein Unentschieden vollkommen in Ordnung. Nach der zweiten Halbzeit ärgert es mich ein bisschen, zumal auch mit diesem Abseits-Tor. Ja, auch noch auf der Liste, müssen wir auch gleich drüber reden, ja. Ja, fand ich auch ein bisschen, ja gut, es ist nun mal so, dass wir den VAR haben. Es ist auch nun mal so, dass ich auch finde, weiß ich nicht, wenn man da einen Videobeweis hat, ist es ja de facto gar nicht mehr möglich, gleiche Höhe zu geben. War aber für mich so ein typisches gleiche Höhe-Ding. Und wenn du das aber auf den Millimeter genau auseinander nimmst, findest du natürlich immer irgendwie Abseits oder nicht Abseits. Fand ich schwierig, aber gut, ist nun mal so gewesen. Kostic hat sich ja den gleichen Treffer dann nochmal gegönnt. Von daher ist es auch vollkommen in Ordnung. Aber ja, das war so mein Eindruck. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Dennis, magst du? Gerne, okay. Patricia, also auch wenn du ein halbes Auge oder ein Auge oder wie auch immer nur mitgeschaut hast. Nein, also genau so habe ich es auch wahrgenommen. Erste Halbzeit wirklich mies. Und es ist natürlich schon sowas, wo ich einfach sage, Mensch, René, du hast eingeleitet mit, wenn jemand vor dem Spiel gesagt hätte, das Spiel geht unentschieden aus, wäre jeder zufrieden gewesen, weiß ich nicht. Also muss ich tatsächlich sagen, wir hatten ja so ein bisschen Angst vor diesen Kontersituationen. Und davon gab es ja eigentlich fast gar nichts. Auch das Tor von Stuttgart war ja auch eher so ein, naja, gut, der zwei Meter Fuzzi läuft da halt ungedeckt einmal rein. Dann trifft der Hinteregger noch dumm am Arm. Das Ding wäre ja sonst wahrscheinlich in den Himmel gegangen oder auf die Tribüne geflogen. Er war also mindestens in die Arme von Trapp. Also er war ja dann schon davor. Mindestens, ja. Ja, also das ärgert mich natürlich massiv, dass man sagen muss, finde ich schon unnötig. Und dann, wenn du dann auch noch siehst, diese Spielentwicklung, mag es, ich habe Leute gehört, die gesagt haben, es lag vielleicht an den Einwechslungen, die dann noch kamen, dass Chandler ein bisschen Schwung gebracht hat. Und Touré, an der Stelle gute Besserung, war ja ganz kurzer Einsatz, nur mit elf Minuten. Ah, sehr bitter. Total bitter. Und dann auch Zuber hinten nochmal raus. Keine Ahnung, kann sein, dass die nochmal einen neuen Schwung gebracht haben. Dann ist es natürlich immer umso trauriger, dass wir die nicht schon früher gebracht haben. Ansonsten auf den anderen Positionen, Patricia hat es schon schön zusammengefasst, super ärgerliche Situation, dass du natürlich dann diese Abseits-Situation, Anführungszeichen, gefiffen bekommst. Und für mich war es auch, ja klar, du hast schon richtig gesagt, wann wird genau die Szene gestoppt und so weiter, wie ist die Linie, wie ist sie kalibriert und so weiter. Du wirst ja wahnsinnig. Da kannst du sagen, ja, war jetzt so, das ist jetzt eine Entscheidung, die ist zu akzeptieren, war dann im Endeffekt nach den Bildern, die man dann noch bereitgestellt bekommen hat, war es Abseits, dann ist das so. Ärgerlich, dass natürlich sowas, das wäre wahrscheinlich der Dosenöffner für einen Sieg gewesen. Denn wir waren ja schon so ein bisschen, es hätte, glaube ich, Stuttgart nochmal das Spiel ein bisschen schwieriger gemacht. Dann war es ja super, dass sie zumindest aus der Reserve gelockt sind. Sie hätten halt dann auch ein bisschen noch mehr auf die Offensive gehen müssen, was dir halt noch Räume gebracht hätte. Genau so ist es. Und du hattest ja Glück, dass du im Endeffekt ganz, ja eigentlich im Anschluss an deren Tor das 1-1 wieder machst und Kostic nochmal so ein Ding dahin zaubert. Aber das ist ärgerlich. Und hinten raus, klar, du hättest das Ding auch hinten raus noch gewinnen können. Trotzdem muss man wieder sagen, und das ärgert mich am meisten, du hast dieses Spiel eigentlich wieder in der ersten Halbzeit komplett larifari-luschig angegangen. Und gibst dann halt auch diesen ganzen Kritikern so ein bisschen dieses Wasser auf die Mühlen, wie man so schön sagt. Ja, die Eintracht, da ist in den Köpfen jetzt das Spiel von Bremen und Bobic ist weg. Das nervt mich. Da hätte ich mir mehr Reaktion gewünscht. Also ich glaube nicht, dass dieses Bobic-Thema da irgendwie rein ist. Bremen kann ich mir halt schon irgendwie vorstellen, dass man da so ein bisschen, weil man ja da doch auch gegen Bremen durchaus Lücken gelassen hat, wo man sagt, die hättest du nicht lassen müssen. Und jetzt einfach auch mit der Situation, dass du jetzt mit Stuttgart eine Mannschaft hast, wo du ja weißt, dass die auf Konter gehen, dass die schnell sind, fand ich schon, meine Wahrnehmung war, man hat sich in der ersten Halbzeit sehr auf das Verteidigen konzentriert, was ja wiederum sehr gut funktioniert hat. Wir haben ja null Aktionen wirklich auf der Stuttgarter Seite zugelassen, bis die wirklich mal in Torschuss-Situationen kamen. Das waren so vielleicht die letzten fünf, sechs Minuten der ersten Halbzeit. Vorher hat man die ja relativ konsequenter auch aus dem Spiel genommen. Ich fand, dadurch haben wir uns halt auch selbst ein bisschen aus dem Spiel genommen, was meiner Meinung nach, und das ist auch vollkommen nachvollziehbar, eben auch daran lag, und darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen, dass wir ja von Beginn an tatsächlich mit dieser Doppelspitze, die wir ja hier auch schon seit Wochen gerne sehen wollen, gespielt haben. Und damit halt eben nur mit einem Zehner, was aber auch zum anderen wahrscheinlich daran lag, dass Kamada ja auch so ein Stück weit angeschlagen war. Vielleicht hat man auch deswegen sich dann entschieden, diese Doppelspitzen-Situation zu nehmen. Aber damit hast du natürlich auch ein System, was jetzt auch erstmal ungewohnt ist, weil du es in der Situation oder in der Konstellation ja noch nie gespielt hast. Und dann konzentrierst du dich noch aufs Verteidigen. Von daher kann ich da die erste Halbzeit noch so ein Stück weit irgendwie erklären. Was mich halt wirklich nervt, ist die zweite Hälfte, und das habe ich ja, glaube ich, auch schon ein paar Mal jetzt hier an dieser Stelle gesagt, dass du aus diesen Chancen, die du hast, halt so wenig da irgendwie rausholst. Da waren ja durchaus Dinger dabei, wo du sagst, die musst du eigentlich irgendwie am Ende des Tages machen. Also ich weiß nicht, wie viele Schüsse wir aufs Tor hatten, waren es jetzt 17, 18, 19, aber es war ein durchaus hoher zweistelliger Betrag oder Anzahl. Und dann machst du da halt einfach so wenig daraus, und das ist das, was mich halt irgendwie stört. Ja, vor allem, wenn man halt die Doppelspitze vorne drin hat, hat man sich, glaube ich, vielleicht war es auch verfrüht, da zu viel zu erwarten. Ja. Weil, klar, das ist eine andere Grundordnung, du musst dich da erstmal dran gewöhnen, die Spieler müssen sich dran gewöhnen, da greifen die Automatismen vielleicht nicht so wie jetzt die letzten Wochen, nachdem man irgendwie jedes Spiel mit der gleichen Ordnung angegangen ist. Ich glaube, da durfte man auch nicht zu viel erwarten, aber es ärgert einen dann schon, wenn man weiß, was es für Chancen gab, und dass die dann halt einfach nicht gesessen haben, das ist ja jetzt auch schon des Öfteren vorgekommen, dass halt die Chancenverwertung nicht on point war. Und ja, das kostet dann letztendlich halt den einen oder anderen Punkt, was ärgerlich ist. Ich glaube aber tatsächlich auch, dass Stuttgart sich so ein bisschen drauf eingestellt hat, weil ich fand, die sind auch nicht so wild drauf losgelaufen, wie man es bei ihnen gewohnt ist. Also die sind nicht diese Konter gelaufen, vor denen wir uns gefürchtet haben, sondern die haben sich auch sehr, sehr aufs Verteidigen konzentriert. Und wahrscheinlich auch, weil sie gesehen haben, dass sich die Eintracht gegen Bremen da halt tatsächlich sehr schwer getan hat, wenn da halt eine Mannschaft sehr defensiv versucht, ja, der Eintracht an Strich durch ihr eigenes Spiel zu machen. Ja, fand ich auch, ist ein richtiger Punkt, plus halt eben auch den Faktor, und das ist halt auch etwas, was ich nach wie vor bemängele, aber da wird es jetzt auch kurzfristig keine Lösung geben, dass halt unsere Hauptangriffsseite, über die halt die meisten Dinge angeleitet werden, halt auch nach wie vor noch die linke Seite ist, und wir auf der rechten Seite halt einfach extrem schwach sind, und dann hast du halt wieder die Situation, du bist, du stellst dein System um, du gehst mir auf die Verteidigung, und du stellst dem Kostic halt einfach zwei Leute auf die Füße, und dann wird es halt auch einfach schnell mau. Also der versucht halt immer noch viel und rennt und flankt und macht und tut, aber es ist halt einfach auch bedeutend schwieriger, dann hast du diese Frustsituationen, die halt dann da immer wieder entstehen, und du musst ja auf der rechten Seite nicht wahnsinnig viel machen, weil wir haben ja alle gesehen, da probiert man mal ein bisschen was, aber so der große Punkt ist es halt jetzt auch nicht. Und das ist halt auch sowas, was mich ärgert, aber das kriegen wir jetzt auch für die Saison nicht mehr rum. Das ist nämlich genau der Punkt. Also einen, den wir jetzt noch gar nicht genannt haben, der seinen Job ordentlich gemacht hat, war Ilsanke, der ja kurzfristig da für Tuta noch eingesprungen ist. Genau, Tuta auch verletzt, von daher Innenverteidigung. Ich hatte im ersten Moment, hatte ich so ein bisschen die Befürchtung, tatsächlich Ilsanke würde im Mittelfeld spielen und Hasebe in der Innenverteidigung. Ich war schon kurz davor, einfach alles auszumachen und es nicht zu gucken. Glücklicherweise war dem nicht so. Das stimmt, ja. Also man muss auch sagen, war ein schönes Interview, glaube ich, jetzt doch auch die Woche, dass Hasebe selbst überrascht ist, wie fit und so ein bisschen ironisch gesagt hat, mich kann nichts stoppen, ich bin hier, egal wie alt ich werde, kann ich trotzdem immer noch die Leistung bringen, die er selbst nicht von sich erwartet. Also man merkt, das ist natürlich auch eine super Performance wieder gewesen. Eigentlich gefällt mir ja auch diese Doppel-Sechs mit so einem Hasebe sehr, sehr gut. Ist aber auch an der Stelle, in diesem Spiel waren viele Mittelfeldsituationen. Ich glaube, Patrizia, du hast vorhin schon deine Ausführungen gemacht. Da war sehr viel, gerade in der ersten Halbzeit, wo sich sehr viel neutralisiert wurde, sehr viel Abnutzungskampf, Younes meiner Meinung nach einfach nicht so richtig im Spiel gewesen. Das waren viele Situationen dabei, wo man einfach sich gewünscht hätte, Jovic auch eher, ich sage mal, mit der Doppelspitze zu vielen Zeiten, wirkte ein bisschen unglücklich. Ja, wir müssen halt auch noch so ein bisschen dann finden, wie sie tatsächlich dann da auch spielen und so. Also das kann ich schon noch irgendwie nachvollziehen. Und Younes hat natürlich jetzt auch die Situation, dass der halt dann auch irgendwie seinen Nebenmann fehlt. Und bislang haben sie sich ja auch immer so ein bisschen aufgeteilt und sind mal auch auf die Außenbahnen gezogen, um dann auch mal zu hinterlaufen. Das kannst du natürlich, wenn du jetzt alleine auf der Zehn spielst, halt auch nicht machen. Dann stelle ich provokanter die Frage. Und zwar gerne auch erst an dich, René. Würdest du jetzt sagen, wunderbar, Experiment, Doppelspitze, auch wenn es ein bisschen gehakt hat, an sich einen Haken dran und wir spielen die nächsten Spiele jetzt weiter so? Oder sagst du, wenn ein Kamada wieder fit ist, lieber wieder zum gewohnten System, was sehr gut funktioniert hat, was jetzt etliche Spiele funktioniert hat, und lieber dann sich die Möglichkeit geben, während des Spielverlaufs oder an den Gegner angepasst, was weiß ich noch mal, mit einer Doppelspitze dann aufzulaufen? Boah, das ist echt schwierig zu sagen, weil ich finde, dass halt 90 Minuten nicht ausreichen, um da ein sinnvolles oder ein wirklich vollständiges Bild zu haben, um dann diese Entscheidung zu treffen. Da hast du völlig recht. Aber wenn du so, ja, also hast du die Ansätze gesehen? Denn ich glaube, Patricia und du, ihr habt es ja beide gesagt, in der zweiten Halbzeit, es gab ja mehr als genug Chancen irgendwann. Und auch Jovic hatte einige. Also es wurde zumindestens besser. Von daher würde ich das Thema jetzt nicht komplett abschreiben. Ist halt jetzt auch so ein bisschen die Frage, ja, dadurch, dass du ja Kamada hattest, der halt auch immer so ein bisschen auf die rechten Außenbahnen gegangen ist und halt da Durm unterstützt hat und du halt auch jetzt wenig Alternativen hast, dadurch, dass ein Touré ja jetzt auch länger ausfällt, ist das für mich ein Argument. Nee, ich glaube, ich würde trotzdem, ich glaube weiterhin an diese Doppelspitze und ich glaube, ich würde es weiterhin oder zumindest mal noch eins, zwei Spiele durchziehen. Wir haben ja jetzt auch durchaus Gegner, die einem vielleicht dann auch Räume anbieten, wo das eigentlich ganz spannend sein könnte, dann tatsächlich zwei Spitzen zu haben. Also von daher, ich glaube, ich würde dem nochmal so einen Versuch geben. Okay, Patrizia, wie sieht es denn bei dir aus? Ja, also abgeschrieben habe ich es auch auf keinen Fall. Ich finde halt tatsächlich, mir gefällt das, dass wir halt so viele Optionen haben dadurch. Also du musst keine Doppelspitze spielen, du kannst sie spielen. Was ich halt finde, ist, dass wir Jovic jetzt halt erst mal bis zum Sommer haben, nur noch. Und ich finde, das sollte man auch nutzen. Also wenn man so eine Qualität hat im Sturm, dann sollte man das wahrscheinlich auch aufs Feld bringen. Deswegen ist für mich auch die Doppelspitze eine Option auch für die nächsten Spiele. Da muss ich halt, wie gesagt, noch einiges einspielen. Aber das kann ja kommen. Also ich sehe das jetzt eigentlich nicht als größeres Problem. Ich glaube, Hütter hat sich auch schon in die Richtung so ein bisschen geäußert, dass er da nicht abgeneigt ist, das weiter durchzuziehen. Vor allem halt auch, weil man jetzt Jovic hat und weil er halt bis zum Sommer da ist. Und das wäre ja irgendwie traurig, ihn auf der Bank versauern zu lassen, wenn man so einen Spieler hat, der dann aber auch im Sommer wieder geht, vermutlich. Deswegen ja, also gerne von mir aus weiter probieren, weil ich glaube, das kann uns noch Freude bereiten. Sehr gut, ja. Gehe ich mit, auf jeden Fall. Ich hätte noch eine Frage zum Spiel. Ich weiß nicht, habt ihr da ein bisschen drauf geachtet? Weil in der Eintracht-App in der Neuen war ja wohl die Aufstellung so, dass Jovic nicht eine richtige Sturmspitze, sondern eher so eine hängende Spitze war. Der war eher so eine hängende Spitze, ja. Hat er sich im Spiel auch so ein bisschen fallen gelassen neben Younes? Oder ich weiß nicht, habt ihr darauf geachtet, weil ich nicht? Es stimmt tatsächlich, ja. Also ich finde schon... Ja, hat er und dann gab es auch immer mal so ein bisschen den Wechsel in der zweiten Hälfte, wo er dann eher so in der zentralen Position war und sich dafür in Silva immer mal so ein bisschen mehr auf dieser Außenbahn auch bewegt hat. Also ich fand, da hat es dann wieder so ein bisschen gewechselt. Ich weiß nicht, ob das dann tatsächlich auch durch den Aus- oder Wechsel von Durm auf Touré war, dass man dann gesagt hat, man will auf der Seite so ein bisschen mehr auch defensiver stehen und ihn dann halt so ein bisschen da mehr rausschickt. Aber zumindest in der ersten Hälfte war er dann eher so die Verbindung auch zwischen offensivem Zehner-Bereich und Sturm tatsächlich. Also Jovic. Das ist so auf jeden Fall. Und man muss auch wirklich sagen, wo es mir ein paar Mal aufgefallen ist, ist einfach die Situation, wo uns dann Dynamik ein bisschen gefehlt hat. Und da hast du oft gemerkt, dass einfach ein Jovic auch ordentlich an Körperlichkeit zugelegt hat. Also das ist ja ein richtiger Klotz. Aber da ist einfach die Dynamik oder die Geschwindigkeit einfach dann nicht im gleichen Maß natürlich mit an Bord geblieben, muss man sagen. Also es waren schon teilweise sehr behäbige Situationen dann nach vorne hin, was einfach seine Qualität ist. Und da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Dieser wird angespielt und aus jeder Lage kann der gefährlich aufs Tor knallen. Und umso näher am Tor steht und umso zentraler eigentlich die Position ist, umso mehr ist in meinen Augen zumindest Jovic wert. Denn er ist einfach, er hat eine super Schusstechnik. Er ist einfach jemand, der auch Bälle mal direkt nimmt und die Dinger trotzdem total gefährlich aufs Tor kommen. Silva auch mal davon abgesehen. Aber das ist meiner Meinung nach, Jovic ist nicht dieser ich arbeite mit nach hinten, hole mir den Ball meinetwegen hier noch bei Hasebe oder So up, dann drabe ich ein bisschen nach vorne, mache einen Doppelpass und mache mir selbst die Dynamik im eigenen Spiel. Und das war so eine Situation, wo ich mich wieder geärgert habe, dass wir eigentlich hier an der Stelle, mal Ache, keine Ahnung, muss mal gucken, inwieweit er sowas liefern kann. Er war eigentlich ja auch nicht wirklich für sowas, für diese Art von Stürmer-System gedacht. Deshalb, das ärgert mich so ein bisschen, dass wir das nicht haben und dass Jovic dann teilweise in meinen Augen ein bisschen verschwendet ist. Denn er ist eigentlich da vorne, er ist ja ein Juwel, den du in 16er reinstellst und er wirklich da eine absolute Gefahr ausstrahlt. Und er ist doch, in meinen Augen zumindest, zu viel dann nicht auf dieser zentralen Position gewesen. Deshalb, Patrizia, hättest du mich jetzt gefragt, du hast aber recht, als René dann auch gesprochen hat, natürlich, indem Silva dann auch immer noch nach außen abgewichen ist. Dadurch ist Jovic dann wieder etwas mehr in die Zentrale gerückt. Trotzdem finde ich, eigentlich hat er seine Position in diesem System mit der Doppelspitze noch nicht so gefunden, wie es mir eigentlich gefallen würde. Nämlich wirklich vorne im 16er zu lauern oder auch entsprechend die Bälle entsprechend anzunehmen, die eben im Endeffekt von Kosti oder sonst jemanden da reinkommen. Ja, ich glaube, tatsächlich ist das halt auch erstmal so ein Thema, wo die beiden, Jovic und Silva, sich jetzt überhaupt erstmal einigen müssen, wer denn derjenige ist. Also auf der einen Seite ist es ja extrem toll, zwei Stürmer zu haben, die beide den großen Wunsch haben, Boden zu machen. Und dafür musst du halt irgendwo in der Nähe des Tors stehen. Und auch die Qualität haben. Und auch die Qualität haben. Aber irgendeiner von den beiden muss halt zurückstecken. Ein Stück weit. So, und dann müssen die sich halt jetzt auch erstmal untereinander einigen, wer das denn ist. Das dauert halt einen Moment. Das kann man jetzt von denen an der Stelle halt auch nicht verlangen. Die müssen halt einfach ein System finden, wo sie beide in so einem Komfortbereich halt auch einfach sind. Ansonsten ist es halt so ein bisschen auch verkrampft. Und von daher finde ich das jetzt an der Stelle halt erstmal okay, dass das so ein bisschen da rankommen muss. Ich glaube tatsächlich, die Erwartungshaltung, die man vielleicht da im Kopf hatte, ja, hervorragend zwei Spitzenstürmer, die stehen ab der ersten Minute da. Und in der neunten Minute steht es irgendwie 5-0. Die war vielleicht auch ein bisschen zu hoch. Nein, also wie gesagt, da geht es ja wieder darum, ist das System mit zwei Stürmern, die vom Typus her eigentlich ähnlich sind, nämlich Strafraumstürmer, die im Endeffekt mega Qualität haben, um den Ball, wenn er einigermaßen gerade ankommt, auch richtig gefährlich ist aufs Tor zu bringen. Passt das? Funktioniert das? Geht das? Geht das mit diesen zwei? Dass wir generell mit zwei Stürmern und so weiter? Ich glaube auch schon, dass es funktionieren würde. Ich weiß aber nicht, wie viel Zeit die jetzt benötigen. Und Patricia und auch du, René, habt es richtig gesagt, wir haben eben jetzt nur noch zehn Spiele im Luxus. Ja, aber ich glaube, sie brauchen weniger Zeit als andere Konstellationen. Also der Leon hat gerade eben in den Chat geschrieben, es fühlt sich auf jeden Fall besser an als die Kombination Silver und Paciencia. Ja, und ich glaube, die beiden sind schon weit genug, dass die jetzt keine 15 Spiele brauchen, um sich da irgendwie so ein bisschen einzugrooven. Und selbst wenn es nicht funktioniert, wir haben ja immer noch Optionen, dann gehen wir halt wieder auf das System mit der Doppelzehn zurück. Also es ist ja nicht so, dass wir darauf angewiesen sind, weil wir keine andere Möglichkeit in der Mannschaft haben. Nein, wir sollten jetzt schauen, dass wir das beste System halt nutzen, um so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Das ist es eigentlich. Aber um vielleicht halt auch so ein bisschen Variabilität da drin zu haben und jetzt nicht so 100 Prozent ausrechenbar für die nächsten Gegner zu sein, weil wir immer mit Doppelzehn und immer über links und hast du nicht gesehen spielen, da jetzt auch mal so ein bisschen Optionen reinzubringen. Und allein auf dem Papier liest es halt auch schon gefährlicher, zu sagen, da spielen halt irgendwie ein Silva und ein Jovic und dahinter ein Junis oder Kamada und auf links hast du noch ein Kostic und auf rechts hast du noch weiß ich nicht wen. Da guckst du dir halt auch als gegnerische Mannschaft und als abwärtig schon vielleicht auch mal ein bisschen eher um als jetzt in einer anderen Konstellation. Also es bringt halt schon noch mal so ein bisschen Überraschungseffekt mit. Passt, passt, passt. Jetzt hattet ihr dieses Abseits-Tor schon angesprochen und ich muss sagen, wie würde Marvin jetzt an der Stelle sagen, ich war auf der heimischen Couch doch ein wenig erzürnt oder so. Einigermaßen erzürnt. Also was mich halt am meisten daran aufregt, ist nicht, dass das jetzt tatsächlich Abseits war, sondern dass ich auf der einen Seite das Gefühl habe und gerade bei Abseits, was für mich eine der klarsten Entscheidungen ist, wo es jetzt keinen Grauzonen gibt, sondern entweder ist der Spieler im Abseits oder der Spieler ist nicht im Abseits. Zumindest in meiner Wahrnehmung diese Entscheidungen nicht sehr einheitlich getroffen werden. Mal ist irgendwie eine Fußsohle im Abseits und dann wird es nicht gegeben und mal ist ein Stollen vielleicht im Abseits und dann wird irgendwie abgefiffen. Und zum anderen, was mich halt bei diesem Thema Abseits auch kolossal nervt, ist, dass ich das Gefühl habe, dass die Linienrichter faul geworden sind, nennen wir es mal so. Also diese Variante mit, wir lassen den Spielzug erst noch eine Viertelstunde laufen und heben dann irgendwann gemächlich diese Fahne zum Abseits. Das riecht mich halt einfach nur auf. Wenn das die Variante ist, wie man jetzt heutzutage Fußball und Abseitsregeln irgendwie umsetzen will, dann habe ich da irgendwie keinen Bock mehr drauf. Bin ich da alleine damit oder geht euch das ähnlich? Patricia? Nee, das hat mich tatsächlich auch schon genervt, dass die Fahne halt sehr, sehr, sehr spät hochgeht in vielen Fällen und man sich dann auch denkt, also ich weiß nicht, als Spieler würde ich mir auch denken, ja, vielen Dank, ich habe jetzt gerade noch den Sprint meines Lebens gezogen, nur damit ihr mir sagt, wenn ich vorne am Tor angekommen bin, ah nee, war übrigens doch Abseits, hätte ich dir, war vor allem deutlich Abseits. Also mich stört das halt in den Situationen, wo es deutlich zu sehen war. Weil in den knappen Situationen, lass es gerne weiterlaufen, lass es auch gerne dem VAR überprüfen, das ist auch richtig so, es ist ja auch so gewollt. Aber wenn du doch schon siehst, der steht drei Meter am Abseits, der Spieler hat es vielleicht selbst irgendwie nicht gecheckt und läuft deswegen, ja, dann hebt doch die Fahne, also lass den doch nicht da noch den Sprint seines Lebens laufen. Das regt mich halt schon auch sehr auf. Also das ist, was mich halt wirklich, also das ist mir in letzter Zeit auch vermehrt aufgefallen. Das stört mich sehr, sehr, sehr. Ich glaube, da ist auch so ein bisschen Fehlinterpretation vielleicht doch beim einen oder anderen Linierichter da, dass er denkt, da gab es vielleicht die Ansage, bitte hebt nicht so schnell die Fahne. Aber ich kann es doch dann wenigstens, also das ist mir zum Beispiel jetzt auch bei Bremen in der letzten Woche aufgefallen. Da sehe ich, dass der Spieler einen Meter im Abseits steht. Also das hast du meilenweit gesehen. Okay, dann lässt er die Aktion noch zu Ende laufen und hebt dann die Fahne. Aber was passiert? Dann wird der Ball dann irgendwie rausgespielt aus dem 16er, wo dann irgendwie ein Kamada auf der Außenbahn den Ball wieder irgendwie hat und dann holten sich der Gegenspieler dann doch wieder und dann irgendwie zweieinhalb Minuten später wird die Situation abgefiffen, nachdem der Ball irgendwie ins Aus ist. Und übrigens vor zweieinhalb Minuten war das Abseits. Ey, dann hebt doch die Fahne in dem Moment direkt. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Keine Ahnung. Also in diesem direkten Vergleich jetzt Bremen-Stuttgart. Bei Bremen hatten wir ja auch die Situation, ich glaube, war das nicht irgendwie das eine Tor von Sargent, wo auch irgendwie der Arm locker, Leon hat das gerade eben auch nochmal in den Chat gepostet, wenn man sich die Bilder anguckt, ich weiß nicht, ob es das 1-0 oder 2-0 war, wo man eigentlich sieht, der Arm, und das ist ja nun mal auch ein Körperteil, mit dem man ein Tor erzielen kann oder auch die Schulter, ist locker im Abseits und jetzt an dem Wochenende bei dem ersten Kostic-Tor war es halt irgendwie die linke Fußsohle von Jovic, die halt so ein bisschen über die Linie da drüber hinaus hing. Also wie Patrice ja vorhin schon gesagt hat, wenn man einen Abseits finden will, dann findet man halt immer eins, man muss halt nur lang genug irgendwie suchen. Aber ist das tatsächlich die Idee von der Variante, wie hier der VHR ausgelegt wird? Also ich weiß es nicht. Ich fühle mich da gerade frustriert. Waren halt jetzt auch zwei nervige Wochen hintereinander. Prinzipiell muss ich sagen, bin ich ein absoluter Befürworter, wie es jetzt so die letzte Zeit lief. Auch wir hatten da ja doch die eine oder andere Situation, wo wir auch Profiteur waren durch VHR-Entscheidungen. Jetzt muss man sagen, war es irgendwie ein bisschen ätzend. Bremen brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen. Das war ja sowieso total zum Kotzen. Dann jetzt wieder so eine Situation. Wenn wir die Bilder dazu sehen, es ist Abseits des Abseits. Wenn die Fußsohle im Abseits ist oder der Schuh im Abseits ist, dann ist er im Abseits, dann ist das so. Muss man akzeptieren. Aber ich verstehe deine Argumentation im Sinne von, es wirkt teilweise ein bisschen willkürlich. Es ist eigentlich genau das, was eigentlich nicht da sein sollte. Nämlich Klarheit zu schaffen, wird hier natürlich dann nicht unbedingt so durchgezogen. Geht mir auch auf die Nerven. Und ja, keine Ahnung, warum es so ist. Hoffen wir einfach mal, dass wir die nächsten paar Male jetzt wieder profitieren und vielleicht ja schon am kommenden Wochenende. Ja, eben das Prinzip an sich finde ich ja auch gut. Also die Idee des VAR und was seine Aufgaben sein sollten, die Umsetzung, finde ich, scheitert oft noch irgendwie. Also nicht nur bei den Spielen der Eintracht und nicht nur, weil wir jetzt halt mal, ja, sage ich mal, benachteiligten Anführungszeichen, also nicht davon profitiert haben. Geschenkt, das ist halt mal so. Dann profitiert man in einem anderen Spiel, aber halt auch bei diversen anderen Mannschaften. Also es vergeht ja kein Wochenende, wo es nicht irgendwas gibt, wo man sich denkt, was hat der VAR denn da gemacht? Also da sitzen doch Leute, die gucken sich Fernsehbilder einer Wiederholung an, solange sie wollen, so viel sie wollen und treffen trotzdem irgendwie noch fragwürdige Entscheidungen. Das ist dann halt schon echt, also ich kann das verstehen, dass Leute da dann auch schnell abgeneigt sind von einem Konzept, was eigentlich gut ist. Also ich bin da auch immer noch dafür. Ich finde es aber nur sehr, sehr frustrierend, dass es nicht so gut läuft, wie es wahrscheinlich laufen könnte, wenn, ja, weiß ich nicht, wenn was passieren würde. Irgendwas muss passieren. Ja, und es sind ja gar keine großen Dinge, die man da tatsächlich ändern müsste, sondern es sind ja am Ende einfach nur die Kleinigkeiten, wie eben jetzt zum Thema abseits die Fahne einfach früher zu heben, so wie es früher halt auch war. Ich meine, die können ja einen Moment warten und die Situation noch laufen lassen, aber irgendwie drei Minuten später ist halt irgendwie nicht nachvollziehbar und halt auch irgendwie an verschiedensten Stellen dann irgendwie einen Abseits, was halt irgendwie beim Abstoß vom Torwart, wie es ja bei Köln, glaube ich, letzte Woche oder irgendwas war, wo man halt auch sagte, okay, ja, gehört irgendwie zum Spielzug vielleicht dazu, weil der halt da hinten angefangen hat, aber so richtig nachvollziehbar ist es halt auch irgendwie nicht mehr. Also da müsste man, glaube ich, an so ein paar Kleinigkeiten dran arbeiten und dann wird das ganze Ding auch einfach schon viel angenehmer wieder für den Fußballzuschauern. Ich glaube, du hattest es am Wochenende, Twitter, Patrizia, so nach dem Motto, der größte Fehler, den man als Fußballfan gerade machen kann, ist direkt nach einem Tor zu jubeln und nicht einfach noch zweieinhalb Minuten zu warten, ob es das Tor tatsächlich gegeben wurde. Ich habe mich auch gefreut, ich habe auch gejubelt. Ja, und danach. Ich fühle mich halt immer so unfassbar dumm in dem Moment, weil ich dann halt schon so meine Freude ausgepackt habe und dann ist es immer so, ah ja, war doch klar, dass du es noch abwarten musst und irgendwie fühlt man sich danach so dumm, einfach unfassbar dumm. Es ist so ein Homer-Simpson-Moment, man freut sich und dann steht man da und denkt so, fuck, Dough, genau. Ja, weil man auch weiß eigentlich, das kann passieren, aber in dem Moment ist es aus Reflex, das ist ja das, was es auch ausmacht, wenn ein Tor fällt, aus Reflex bist du froh darüber, dass es gefallen ist und dann siehst du aber irgendwie, oh, der Jubel ist verhalten und der Schiri guckt noch so ein bisschen hin und her und hält sich das Ohr. Aber Patrick, gerade bei dem Tor, muss man doch wirklich sagen, also auf Anhieb habe ich nicht gesehen, dass es sich um diese Jovic-Situation handelt, zumindest aus dem Live-Bild. Da hätte ich nicht gedacht, dass es, ich dachte erst vielleicht, hat jemand gehalten oder danach war irgendwas abseits, habe ich noch gedacht, was ist denn hier los, dass dann im Endeffekt natürlich relativ schnell klar war, oh nee, diese Situation, fünf Pässe vorher noch, so ungefähr, das ist natürlich dann umso deprimierender. Also es gibt da schon so Situationen, wenn gerade der Vollsprint und es wird ein schöner Schnittstellenpass gespielt und dann denkt man schon, oh, das ist eine knappe Kiste, da denke ich, kann man sich besser beherrschen als jetzt so eine Situation. Da ist für mich, da ist auch schon alles, ja, wunderbar, kann eigentlich nichts gewesen sein und dann, okay, was will der jetzt überprüfen und dann, oh nein. Da müssen wir vielleicht halt auch einfach wirklich ein bisschen schlauer werden, dass die Regel halt so ist und das hatte der Tom auch gerade in den Chat geschrieben, dass die Regel halt so ist, dass die Tore dann an der Stelle überprüft werden. Das ist ja klar. Also das müsste uns ja mittlerweile nach, wie lange haben wir jetzt den VAR, anderthalb, zwei Jahre, müsste uns das ja mittlerweile bewusst sein, das passiert halt immer. Klar. Dass halt die Auslegung oder die Umsetzung an vielen Stellen halt nicht gleich ist, das kann ich nach zwei Jahren oder anderthalb Jahren halt irgendwo nicht mehr verstehen. So. Wir bleiben trotzdem Fußballfans und werden trotzdem jubeln, wenn unsere Mannschaft ein Tor geschossen hat und uns auch ärgern, wenn die anderen ein Tor gegen uns geschossen haben und werden halt immer wieder in diesen Moment reinlaufen, dass es dann halt am Ende anders kommt. Vielleicht muss man uns auch dran gewöhnen, aber so richtig angenehm fühlt sich es halt einfach nicht an. So. Haben wir Kost jetzt schon ausreichend gelobt? Ich muss ja sagen, wie Patrizia gesagt hat, einfach hinzugehen und zu sagen so, ey, jetzt habt ihr mir hier vor zwölf Minuten dieses Tor abgefiffen. Wisst ihr was? Ich mache einfach nochmal exakt dasselbe Ding und ihr könnt mir halt rein gar nichts. Also das hebt ihn halt auch aus meiner Sicht nochmal auf ein ganz anderes Level von Liebe. Wahnsinn. Ja, wirklich Wahnsinn. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wo ich es gelesen hatte, in den letzten neun Spielen 14-Score-Punkte oder sowas. Es ist also... Wahnsinn. Also das zeigt ja, wie wohl er sich auch fühlt und das ist allein schon sowas, viele, das war ja damals schon so, oh, Jovic kommt zurück, Kostic dreht wieder auf. Man hat ja wirklich das Gefühl, dass er performt wieder wie in alten Zeiten und das ist ja eigentlich das Geile. Und wie du, wie du gerade richtig gesagt hast und Patrizia ja auch schon in ihrem Statement dazu, ja, es war doch einfach nur geil, da zieht er das Ding wieder genauso rein. Und da muss man auch wirklich sagen, das ist im Endeffekt seine Qualität momentan. Und auch wenn dann die linke Seite, die Leute wissen doch auch genau, auch der Torwart müsste normalerweise das wissen, das erinnert einen dann teilweise an die guten alten Ein-Robben-Zeiten bei Bayern, der dann immer von rechts an links reingezogen ist. Jeder wusste, was er macht und zwar trotzdem nicht zu halten. So ist Kostic hier zweimal rangegangen. Super, genial, hat mir richtig gut gefallen. Das Einzige, was ein bisschen schade ist an der Situation, ist einfach, dass es gerade, wenn du so Spiele hast, in denen dann diese Kostic-Tore und so weiter kommen, wenn du dann am Ende natürlich siehst, dass es vielleicht dann, wie nenne ich das denn jetzt, nicht ganz reicht, jetzt in dem Spiel ja auch wieder nur unentschieden und so weiter. Das ist natürlich, wenn dann jemand so Vollgas und es geht trotzdem, du gewinnst nicht oder holst nur ein Unentschieden. Man hat jetzt nicht das Gefühl, dass er jetzt schon wieder deprimiert ist oder dass er da irgendwie schlechte Laune bekommt, sondern hat im Moment richtig Bock und so weiter. Ich hoffe einfach, dass es auch weiterhin im Flow bleibt, dass einfach die Stimmung jetzt nicht kippt. Er ist gut drauf, er performt, weil wir hatten, ich weiß gar nicht, wann das war, am Anfang der Hinrunde oder ich weiß nicht, wo wir so drüber gesprochen haben, auch Kostic, der dann auch die Mitspielerlaufende so richtig mit Kostic läuft und läuft sich fest und ist dann deprimiert. Das sehen wir momentan gar nicht und so soll es auch bleiben. Das hoffe ich einfach. Ja, da würde ich aber schon dran glauben, dass das jetzt erstmal noch ein bisschen anhält. Sollen wir doch mal auf unseren nächsten Gegner schauen. Was meint ihr? Am liebsten nicht. Am liebsten nicht, genau. Also eigentlich müsste man nicht gucken, weil wir spielen am Wochenende gegen dieses Marketing-Konstrukt, was da in dieser Liga freundlicherweise mitspielen darf. Passenderweise an einem Sonntag. Passenderweise an einem Sonntag, weil die Damen und Herren oder die Herren aus Leipzig nämlich ja morgen ran müssen in der Champions League gegen Liverpool und natürlich findet das Spiel wieder in Bukarest statt. Ich will jetzt hier keine Diskussion starten über Absurdität von Fußballreisen im jetzigen Zeitpunkt, weil ich glaube, da verrennen wir uns auch relativ schnell. Jedenfalls muss Leipzig morgen ran gegen Liverpool in der Champions League und deswegen ist das Spiel am Sonntag und ich gehe da so ein bisschen mit gemischten Gefühlen in dieses Spiel. Auf der einen Seite, wo ich mir sage, okay, Leipzig ist eine Mannschaft, die vielleicht schon einfach aus welchem Grund auch immer, das könnt ihr euch ausdenken, liebe Hörerinnen und Hörer, im Regal eine Stufe über uns steht. Auf der anderen Seite habe ich so im Hinterkopf, ich will mir am Ende der Saison nicht vorwerfen lassen, weil wir gegen die Bayern gewonnen haben und gegen Leipzig vielleicht nicht, dass wir mit dran schuld sind, wenn die Bayern nicht Meister werden, sondern ein anderer Verein, der wahrscheinlich nicht Dortmund heißen wird. Bin ich da auch wieder alleine mit diesem Gedankengang oder wie geht es euch mit Blick auf dieses Spiel da am Sonntag, Patricia? Ja, es ist ähnlich, würde ich sagen. Also es ist immer schwierig, weil man will dann noch weniger verlieren, als man sowieso schon verlieren möchte. Andererseits denkt man sich ja auch, die Eintracht macht das schon sehr, sehr gut traditionell gegen dieses Konstrukt. Und Adi Hütte hat da ja auch immer so seine Kniffe. Ich frage mich nur, wie will er diesmal überraschen? Weil so wirklich kann er, also man ist nicht ausrechenbar. Es ist halt eben so, wie stellt die Eintracht jetzt auf? Sie hat Optionen. Andererseits, man kennt ja auch diese Optionen jetzt irgendwie. Also diesen Zauber von ich bringe jetzt die Doppelspitze, hat er ja jetzt schon gegen Stuttgart gebracht. Und er hatte ja auch in einem Interview gesagt, er hatte ja sogar schon gegen Bayern überlegt, das so zu machen. Also der Überraschungseffekt ist ja dann irgendwie so ein bisschen weg. Aber ja, andererseits hat er es ja immer geschafft, gegen Leipzig da was zu zaubern, was dann auch den Leipziger nicht so geschmeckt hat. Also die haben sich schon immer recht schwer getan gegen die Eintracht. Deswegen habe ich da schon so ein bisschen meine Hoffnung. Andererseits sind die halt auch sehr, sehr stabil momentan. Also die haben eine sehr gute Phase. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, die haben so einen Lauf. Die haben auch eine stabile Abwehr. Die haben einen Torwart, der performt wie nichts. Also das ist schon nicht so einfach. Ja, deswegen. Es ist halt wieder eines dieser Spiele. Du weißt, da kommt der Favorit. Also die Eintracht ist nicht der Favorit, was in dieser Saison ja tatsächlich ja des Öfteren schon so war, dass die Eintracht mal Favorit war, wo sie früher vielleicht keiner war. Momentan in dem Spiel ist sie es nicht. Vielleicht kommt es eher auch tatsächlich mal ein bisschen entgegen, wenn du jetzt einen Gegner hast, der sich eben nicht als der kleinere Gegner sieht und der nicht die schlechtere Tabellensituation hat. Vielleicht hilft das auch einiges. Vielleicht hast du mehr Räume. Die werden sich wahrscheinlich nicht hinten reinstellen, weil sie sich halt auf ihre eigenen Stärken auch besinnen. Vielleicht, ja, weiß nicht. Vielleicht kommt es auch der Kreativität der Eintracht so ein bisschen zugute, weil sie da ein bisschen freier aufspielen kann. Also zumindest davon auszugehen, wenn sie halt mit ähnlicher Aufstellung wie in den letzten Spielen spielen, wo sie ja, wie du schon so gesagt hast, auch sehr viel Augenmerk auch einfach auf die Offensive in der Aufstellung gelegt haben, weil die ja mit einem Upamecano-Klostermann um Mokele einfach auch drei Biester da hinten in der Abwehr haben. Also kann man, glaube ich, so ohne weiteres sagen. Aber zumindest auf den Außenbahnen könnten sich halt Räume anbieten, was halt für Kostic A ein Thema ist. Dann wäre halt so ein bisschen die Frage, finden wir irgendwie einen Weg, um das auf der rechten Seite noch so ein Stück weit auszunutzen? Es könnte halt auf jeden Fall ein interessant offensives Spiel werden, nennen wir es mal so. Oh, es wird richtig schwierig. Also Patrizio, du hast, glaube ich, also eine Serie, so kann man es auf jeden Fall nennen. Ich glaube, die haben außer gegen Liverpool jetzt die letzten, wie viele Spiele sind es? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun von den letzten neun Spielen acht gewonnen und dabei dann auch noch so Ergebnisse. Naja, gut, gegen wen hatten sie jetzt gewonnen? Gegen Freiburg, glaube ich, am letzten Wochenende. Dann halt auch 3-0 gleich. Die letzte Niederlage in der Liga war gegen Mainz, eine andere Top-Mannschaft, über die man heutzutage sprechen muss, wo sie 3-2 verloren haben. Also es war relativ knapp tatsächlich Ende Noa. Ja, also musst du wirklich sagen, es wird richtig, richtig schwierig. Und ich hatte erst gedacht und hatte mich auch mit anderen drüber unterhalten, ah, vielleicht hilft uns die englische Woche. Hatten wir aber auch gesehen, also beim letzten Mal, als sie da im Februar gegen Liverpool da 2-0 auch verloren hatten, haben sie danach dann auch erstmal schön die Hertha mit 3-0 weggeputzt. Also so wirklich, der Kader scheint es auffangen zu können, sagen wir es mal so. Es ist natürlich ein bisschen eine blöde Situation jetzt für uns, denn du bist jetzt so ein bisschen zum Siegen oder zum Punkten nicht verdammt, aber es wäre schon echt wichtig, hier nochmal ein Zeichen, die Mannschaft muss einfach reagieren, denn du musst immer überlegen, es darf dir jetzt nicht in den Köpfen hängen bleiben, ah, dieses Mist-Bremen-Spiel, ah, jetzt hast du auch noch hier gegen Stuttgart wieder nur 1-1. Jetzt musst du eigentlich gucken, gegen Leipzig, da hast du auf jeden Fall jetzt hier nicht irgendwie 3-4-0 oder sowas auf die Mütze bekommen, sondern im Idealfall holst du da jetzt was. Und ich glaube, dass es gegen die aktuelle Leipziger Mannschaft aber unglaublich schwierig wird, so zu performen. Und ich weiß auch nicht, ob uns, Patrizia hat es, glaube ich, auch in ihren Ausführungen schon so schön gesagt, ob uns das wieder gelingt, diese Überraschungsmoment und, wow, Leipzig hat ja fast keine Chance und Hütter hat da wieder was ausgepackt, diesmal wieder zu performen, denn ich weiß nicht, wie jetzt die, waren es die letzten drei Spiele? Wie haben wir denn gespielt in der Hinrunde gegen die 1-1 war das, ne? Ne. Also damit wäre ich schon super zufrieden und das ist, wie gesagt, ich glaube, es wird wirklich sehr schwierig, die Chancen sind auf jeden Fall da, weil wir eigentlich das Potenzial vorne haben und dann, René, gehe ich auch mit dir mit, ein großer Schlagabtausch, habe ich ja auch gegen Leipzig eigentlich gedacht, gegen Leipzig sei es schon, gegen Stuttgart gedacht, dass hier viele Tore fallen, weil einfach beide Seiten, die einen schnelle Stürmer, wir im Endeffekt, wirklich eine riesig geile Offensive vorne. Ich hoffe einfach nur, dass die Tore nicht bei uns wieder ausgehen, weil wir die Chancenverwertung so schlecht haben und Leipzig trifft. Deshalb könnte ich mir schon vorstellen, dass das hier auch ein ganz schönes Schützenfest wird. Aber gut, schauen wir mal, schauen wir mal. Also wenn du den Pokal noch mitrechnest, hier im Februar 2020, dann sind die letzten drei Spiele einmal unentschieden und zweimal für uns, wenn du die Liga anguckst, dann hat jeder mal gewonnen und dann gab es dieses Unentschieden. Also ist jetzt die Frage, wie du das dir angucken willst. Ja. Also ich würde es mir wünschen und wir haben ja auch in dem Jahr gezeigt und jetzt auch ja gegen einigermaßen gut stehende Mannschaften in der Tabelle, dass wir auch gegen die gewinnen können. Also es ist nichts unmöglich. Ich sage nur, es muss auf jeden Fall eine Reaktion wieder auf diese erste Halbzeit, die war echt meiner Meinung nach einfach nicht das, wie ich sehen will. Ich will richtig Biss sehen und das Bremen-Spiel lassen wir ja hier mal ganz jetzt raus, aber das sind im Endeffekt Sachen, ich will wieder die alte Eintracht sehen mit dem Biss, mit dem Willen und mit der Selbstverständlichkeit, dass wir im Endeffekt eine geniale Offensive haben, hinten stabil stehen. Was mir ein bisschen Magenschmerzen bereitet hat, war die Meldung, dass wieder Tutor nicht im Training war heute, Hat immer noch muskuläre Probleme, ja. Und mit Kamada wohl auch immer noch nicht auch gleiche Probleme, auch wohl immer noch in Individualtraining nur. Das ist natürlich schade. Weil du jetzt da auch nicht weißt, wie viel da tatsächlich dran ist. Also da kann es dann auch bei dem einen oder anderen noch zu dieser sogenannten Wunderheilung irgendwie kommen. Und ich sage mal so, Ilsanke hat jetzt bis auf die Momente, wo er versucht hat, Dinge irgendwie spielerisch zu lösen, wo ich immer so diesen Vergleich hatte zu ein Dicker versucht, irgendwas spielerisch zu lösen und geht nach vorne und ich denke so, jawohl, mach. Und dann macht er auf der anderen Seite Ilsanke das Gleiche und ich denke mir so, oh Gott, gleich bricht er sich die Beine. Also das sind so die einzige Momente. Aber ich glaube ansonsten, Innenverteidigung kann der Kerl auch. Also da würde ich mir jetzt nicht so viel Kopf drum machen, zumal dann auch so gegen den Ex-Klub und er hatte ja nicht auch heute oder gestern in irgendeinem Interview gesagt, so nach dem Motto, unter der Woche Liverpool, am Wochenende Eintracht, was Besseres kann Leipzig doch gar nicht passieren. Oder irgendwie sowas. Ich meine genau wie das Zitat war, irgendwas in der Richtung. Also ich glaube, der ist da halt auch motiviert. Von daher fände ich es ja jetzt gar nicht so verkehrt, wenn der jetzt auch wieder da in der Innenverteidigung spielen muss. Und ich glaube, das ist auch generell bei dem Spiel gegen Leipzig jetzt durchaus so, da ist schon von vornherein eine etwas höhere Grundmotivation da. Auf jeden Fall. Darauf würde ich halt einfach setzen. Du hast Bremen verloren, was wir halt einfach jetzt abhacken müssen. Das Thema jetzt durch, brauchen wir jetzt auch nicht mehr ewig drüber zu reden. Gegen Stuttgart eine Unentschieden gemacht. Jetzt kommt Leipzig, gegen die du gezeigt hast, dass du es kannst, die dir auch Räume anbieten, die auch, muss man auch ehrlicherweise sagen, einen höheren Druck haben als wir. Ja, weil die hängen halt einfach dicht an diesem Thema Meisterschaft da oben dran. Die haben einen ganz anderen Druck, sich da auch irgendwie wieder zu beweisen. Nicht, weil sie es finanziell brauchen, sondern einfach, weil sie das von sich selbst vielleicht auch erwarten. und für uns ist es halt auch Bonus. Also wir rechnen, glaube ich, auch in diesem Jahresabschluss nicht damit, dass wir in die Champions League kommen. Von daher ist da halt auch eine ganz andere Drucksituation dahinter. Das sind halt alles aus meiner Sicht Dinge, die jetzt wieder so ein Stück weit für uns sprechen. Oder rede ich mir das jetzt gerade schön? Nee, also zumindest versuche ich mir es, glaube ich, auch so einigermaßen schön zu reden. Ich weiß nicht, ob es schön reden ist oder ob das jetzt wirklich Fakten sind, aber ja, die Champions League ist halt nicht das Saisonziel der Eintracht. Das ist so ein On-Top-Ding, was du bekommst. Wenn du es bekommst, das ist natürlich mega. Wenn nicht, ist es auch kein Weltuntergang. Dann gibt es immer noch die Euroleague. Vielleicht erreicht man die. Wäre auch schön. Und selbst das war nicht unbedingt das ausgegebene Saisonziel. Das ist auch so, wenn Europa, wäre das schön. Und das ist natürlich dort, wo wir hinwollen. Mal sehen, wie es läuft. Das ist eher so ein Ding. Und sollte das klappen mit der Champions League oder auch Euroleague, ist man natürlich froh. Genauso aber auch gegen Leipzig zu punkten ist auch so dieses nice to have, aber man rechnet ja nicht direkt damit. Das ist jetzt auch gegen die Bayern. Du rechnest erst mal damit, ja, keine Ahnung, wenn es gut läuft, nimmst du einen Punkt mit. Wenn nicht, dann nicht. Dann ist das halt so. Dann verlierst du halt gegen Bremen. Dann gleicht sich das aus. Ist jetzt aber auch mit Leipzig so. Ich gehe jetzt nicht in das Spiel rein und erwarte, dass die Eintracht da unbedingt was holt. Ich würde es mir wünschen. Ich will einfach sehen, dass die Eintracht Leipzig so schwer wie möglich macht, dass sie sich bemüht, dass, wie Dennis es schon ausgeführt hat, einfach diese Bissigkeit da ist. Und wenn sie das alles auf den Platz bringen, dann können sie sich nichts vorwerfen. Selbst wenn sie verlieren gegen Leipzig, mein Gott, dann kann man halt auch verlieren. Die stehen ja auch nicht umsonst da oben, wo sie oben stehen. Man muss sie nicht mögen, aber spielerisch ist das halt natürlich eine Klasse für sich so. Und wenn du da jetzt halt mithältst und ihnen das Leben so schwer wie möglich machst und am Ende keinen Punkt mitnimmst, na gut, dann war das halt so. Dann halt das nächste Spiel. Deswegen, ich gehe da jetzt auch nicht mit so einem großen Erwartungsdruck rein und ich hoffe, die Eintracht auch nicht, beziehungsweise schon mit so einer Grundsituation, Grundmotivation, einfach sie ärgern zu wollen. Ich glaube, das hilft auch schon viel, wenn du, ja, ich glaube, deswegen performt die Eintracht ja auch so gut gegen große Gegner, weil, weil, ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, die sind da irgendwie so ein bisschen extra bissig und motiviert. Ich glaube, ja genau, du willst als Spieler ja auch solche Spiele gewinnen und ich glaube, das fühlt sich auch einfach gut an. Das fühlt sich auch besser an, als wenn du ein Spiel gewinnst, wo du der Favorit bist, weil das halt dieses Ich muss das gewinnen ist und wenn halt keiner mit dir rechnet oder weniger Leute mit dir rechnen und du es dann doch holst, das ist natürlich noch mal ein anderes Gefühl. Von daher, alles kann, nichts muss, sagt man so schön, ne? Um hier mal ein Frasenschwein, ins Frasenschwein einzuzahlen. Ja, wir hatten früher in einer unserer ersten Jahre hatten wir tatsächlich hier mal ein Frasenschwein, aber das wurde dann zur finanziellen Belastung für den einen oder anderen, dass wir da wieder sein gelassen. Sehr gut, ja. Ja, stimmt, auf jeden Fall gehe ich auf jeden Fall auch mit dir mit, Patricia. Das Problem ist doch eigentlich nur, wir haben so viel Potenzial davon drin. Wir haben ja schon eben gerade drüber gesprochen, wenn du dir dann den Sturm anschaust und eventuell spielen wir wieder mit Doppelspitze und so weiter und dann regt es mich umso mehr auf und das will ich einfach, ich hoffe es nicht, obwohl ich trotzdem auch froh bin, wenn wir uns die Chancen erspielt haben und haben Leipzig gut an den Rand einer Niederlage oder sonst irgendwas gebracht. Ich hoffe einfach, dass wir mal ein bisschen Fortuna bei uns auf der Seite haben und wir im Endeffekt mal unsere Chancen so nutzen, wie wir sie auch bekommen und nicht wieder 100 Torchancen haben oder ich glaube, was hatten wir jetzt gegen Stuttgart 20 Torschüsse und dann kommt ein Treffer bei rum, sondern vielleicht, dann haben wir eben nur drei Torschüsse, aber drei Tore und gewinnen, das Ding 3-2, sofort unterschrieben und machen wir und geil und jeder ist zufrieden für die Gesamtsituation in der Saison. Da hoffe ich mir natürlich, dass wir einfach, das ist das Wichtigste, was es gibt, ist, dass du dir die Torschancen erspielst und dementsprechend habe ich auch noch überhaupt keine Angst, weil das gegen Stuttgart und so weiter gut funktioniert hat. Wenn wir dazu von zu wenig hätten und würden immer nur ein Tor machen aus einer Torschance, dann hätten wir wahrscheinlich ein größeres Problem als momentan. Trotzdem, das ist was, wenn du das gegen Leipzig ja jetzt schon in den Griff bekommst und vielleicht die Leute mal ein bisschen konzentrierter sind, das sind manchmal einfach so unkonzentrierterheiten, die hoffentlich, dass die sich so motivieren, so fokussieren können, dass einfach dann auch mal der Millimeter, der Kopf noch ein bisschen noch mehr gedrückt wird oder der Sprint noch ein bisschen mehr durchgezogen wird. Das reicht ja meistens schon, um die Tore zu machen, auch wenn natürlich Leipzig prinzipiell auf dem Papier besser ist und auch wirklich gut performt, der Torwart gut ist und so weiter. ist das nicht so, dass wir da keine Chance haben. Du brauchst einfach aber wirklich einen guten Tag mit voller Leistung, mit richtig Vollgas, mit richtig guter Fokussierung und dann ist da meiner Meinung nach wirklich was drin. Und das ist eigentlich geil, dass wir mittlerweile, denn ich normalerweise in den Jahren vorher hättest du immer jetzt gesagt, ach, naja, Leipzig, die stehen da vorne, die spielen jetzt hier um die Meisterschaft, da kannst du nichts machen. Bei Bayern dasselbe ja gewesen. Klar, ist das auch immer noch so und der pessimistische Eintracht-Fan steckt auch in jedem von uns in den Köpfen noch drin. Wir haben schon viel zu viel mitgemacht. Oh ja. Deswegen darf man sich auch nicht zu kleinreden, denn eigentlich haben wir hier, wir haben es vorhin gesagt, wir haben eigentlich mit einer der geilsten Doppelsturm-Paare davon, die du dir vorstellen kannst. Wer kann denn, welcher andere Bundesligist kann denn sagen, ich stelle hier diese Kaliber im Doppelspitze auf wie Jovic und Silva. Das ist schon, das ist schon richtig geil. Junis, wenn der richtig performt. Klar, er hat mir gegen Stuttgart jetzt nicht so gut gefallen, weil er einfach da nicht so ins Spiel kam. Vielleicht passt es jetzt schon. Dann hast du da auch ein richtiges Mittel. Der ist ja auch super gefährlich. Und Kostic haben wir schon drüber gesprochen. Richtig geil. Meinetwegen kannst du auch mal, meiner Meinung nach, auch auf der anderen Seite, ob dann ein Durm spielt oder vielleicht du doch mal Chandler, der mir gar nicht so schlecht gefallen hat nach seiner Einwechslung. Vielleicht ist das ein Momentum, den du bringen kannst. Um da auch ein bisschen Gefahr reinzubringen. Also ich glaube, wir haben viele Optionen, die einfach gar nicht mal groß zu wechseln oder wir müssen groß umstellen oder hier muss jetzt der taktische Fuchs ran, Hütter, der jetzt da wieder alles umwirft. Das glaube ich gar nicht, sondern es ist lediglich so, alles was wir haben, muss einfach an dem Tag funktionieren, auf den Punkt, motiviert sein, fokussiert und dann ist da glaube ich was drin. Da steckt viel wahres drin. Vor allem die Eintracht hatte doch bis vor kurzem auch eine krasse Serie. Also man hat jetzt gesagt, Leipzig hat von den letzten neun Spielen acht gewonnen. Okay, aber was hat denn die Eintracht bis vor zwei Wochen? Also das war auch krass. So ist das, genau. Da muss man sich nicht kleinreden, zumal, woran ich mich immer ein bisschen festhalte, die Eintracht ist auch eklig zu bespielen. Also die Eintracht ist sehr, sehr körperlich und ich hatte immer das Gefühl, Leipzig kann das nicht so gut haben. Einfach. Die sind halt so technische Fußballer und schöne Fußballer. Also die spielen einfach so diesen schönen, leichten Fußball und sobald es körperlich wird, haben die da nicht so viel Spaß dran einfach. Und ich glaube, es ist auch schon viel getan, wenn du denen einfach den Spaß nimmst. Dann sind wir halt mal wieder in der Rolle, die Spielverderber zu sein. Und dann wird uns nicht das Spiel verdorben, sondern umgekehrt. Das ist auch mal wieder schön und erfrischend. Ja, wenn du dann dazu dann auch noch vielleicht die ein oder andere Konversation auf dem Feld führst, also ich denke da halt auch an so Spieler wie ein Hasebe, aber auch ein Hinti, die dann halt auch einfach mal anfangen, so ein bisschen auch verbal vielleicht zu reizen, ohne jetzt hier wirklich irgendwie über die Stränge zu schlagen. Ich glaube, dass in der Kombination, da kannst du die auch schon so ein bisschen an den Rande des Wahnsinns bringen. Zumal das nicht mehr die einzige Stärke der Eintracht ist. Lange Zeit war ja einfach dieses Physische und Eklige die einzige Stärke, aber jetzt hat man ja auch, man hat jetzt auch Qualität zusätzlich dazu, dass man aber auch physisch präsent ist auf dem Platz, also das ist schon eigentlich eine ganz gute Kombi und ich kann mir auch vorstellen, dass es die Leipziger nerven kann, wenn, wie Dennis gesagt hat, alles passt an dem Tag. Hoffen wir das einfach mal. Mit welcher Aufstellung würdet ihr denn in dieses Spiel reingehen? Dennis hatte jetzt gerade eben schon gesagt, dann kommt dann der Fuchshütter und überrascht schon mit einem komplett anderen System. Was wäre denn so eure Herangehensweise, Spielsystem und Personen? Wie würdet ihr das angehen? Ich glaube tatsächlich, dass der Fuchshütter gar nicht viel ändern wird. Ja. Das heißt gar nicht viel. Es bleibt alles so im Großen und Ganzen, wie es war, weil Tutta auch ausfällt und Touré nicht da ist und wir wieder mit Doppelspitze oder? Fällt er denn aus? Also sicher? Oder bei, also ich weiß es nicht. Ich hoffe ja immer noch auf Tutta. Also als Nachricht, du hast es als Letztes gelesen, war nur, dass er Individualtraining momentan hatte. Genau, Individualtraining trainiert wollte, ja. Wobei wir haben heute Dienstag, das Spiel ist am Sonntag, also. Ist noch ein bisschen Zeit eigentlich. Da kann noch was passieren. Und es waren auch, glaube ich, nur muskuläre Probleme, oder? Es waren nur, oder sind nur nach wie vor muskuläre Probleme. Probleme, ja. Also da kann halt auch durch, also ich glaube, bei Kamada war das auch so ein bisschen muskuläre Probleme oder irgendwas. Hexenschuss, darf ich. Ja, oder mit dem Rücken. Stimmt, der hatte was mit Rücken, der hat Rücken, das hat man ja im gewissen Alter schon mal. Und Tutta hatte irgendwie muskuläre Probleme im Gesäß, wo ich mir auch frage, wie kannst du dir aus Fußballer muskuläre Probleme im Gesäß holen? Also ich kann mir das mit meinen 15 Stunden Sitzen auf dem Bürostuhl noch vorstellen, aber, ja. Ja, also wäre super, wenn Tutta zurückkommen könnte, dann gerne für Ilsanke. Ansonsten glaube ich, die drei hinten stellen sich dann von selbst auf. Ja. Genau. Und Kostic sowieso auch auf dem Außen. Mit Durm ist die Frage, ob man hier an der Stelle mal sagt, Chandler, gibt mir mal eine Chance. Er hat mir gar nicht schlecht gefallen. Es ist die Frage, wie lange kann er und wie ist er in Form und will man das System jetzt wirklich dann dahingehend verändern oder sagt man Chandler lässt man erstmal auf der Bank und bringt ihn zu gegebener Zeit, wenn überhaupt. Ich glaube tatsächlich, dass Durm da nach wie vor so ein bisschen die Nase vorne hat. Er hat Spielpraxis, er ist jetzt auch in der Offensive nicht so total verloren, auch wenn da wenig über rechts geht, was aber zum Teil halt auch einfach daran liegt, weil ich immer mal wieder das Gefühl habe, dass man dann den Ball entweder lieber auf links spielt, weil man halt weiß, was man da bekommt und man halt auch an vielen Stellen diesen Seitenwechsel nicht macht. Das ist mir im Vergleich für mich so ein bisschen weiter zurückschauen, zum Beispiel gegen die Bayern sehr oft aufgefallen, dass man da halt einfach diese Karte, dieses langen Pass auf die andere Seite mal gezogen hat, weil man ja wusste, dass dann da der Spieler frei steht. Ich glaube, wenn man das jetzt wieder mehr machen würde, gerade auch gegen einen Gegner wie Leipzig, der ja auf diesen Außenpositionen auch wahrscheinlich die Räume anbieten wird, dann würde ich mich tatsächlich mit Durm da einen Ticken wohler fühlen. Ja, ich mich auch eigentlich und ich meine, es spricht auch irgendwie nichts gegen ihn so wirklich. Ja, das stimmt. Also es ist halt solide und vollkommen in Ordnung so und zumal er sowieso meistens irgendwann ausgewechselt wird, da wird man dann wahrscheinlich auch mit Chandler gehen, wenn man nicht komplette Offensive reinwirft und dann Barkov bringt. Ansonsten, ja, Touré ist ja jetzt eh verletzt, also bleibt da jetzt auch nicht so viel. Und er fällt jetzt wie lange aus? 16 Wochen oder sowas? Mehrere Wochen auf jeden Fall. Also irgendwie sowas. Irgendwo stand Saisonende, glaube ich. Ja, meine ich auch gelesen zu haben. Also auf jeden Fall lange ist echt bitter. Ja. Ja. Aber ja, nee, klar, gehen wir mit Durm. Kein Problem. Also ist ja solide, ja. Und dann die spannende Frage, zwei Zehner oder zwei Vollblutstürmer? Also so Hasebe, das stellt sich ja von selbst aus. Die stelle ich gar nicht mehr in Frage, das ist quasi Standardinventar. Ja, du hättest ja auch mit einer sechs spielen können und mit sozusagen eine acht, zehn, wie auch immer davor. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, aber das macht keinen Sinn gegen einen Gegner wie Leipzig. Ja, davor, ja, also ich gehe mit euch gerne mit, mit der, gerade wenn Kamada noch nicht so fit ist, dass wir das an dem Doppelspitzensystem noch ein bisschen festhalten und gegen Leipzig hier gerne mal die nächste Probe, ob nicht da noch das ein oder andere Tor aus der Kombination entstehen kann. Also, ich gehe da gerne mit, wenn das für euch in Ordnung ist. Patricia? Ja, bin da ein bisschen hin und her gerissen. also, ich kann mir auch vorstellen, dass Hütter das jetzt durchzieht erst mal. Weiß halt nicht, klar, Leipzig hat eine sehr, sehr stabile Abwehr und da hinten drin auch, ja, Spieler, gegen die man wahrscheinlich ungern spielen möchte als Stürmer. Weiß halt nicht, was die schlauere Option ist, ob du da mit zwei Zehnern vielleicht mehr herausspielen kannst letztendlich, die Abwehr irgendwie ein bisschen mehr ziehen kannst. Andererseits mit zwei Stürmern hast du halt auch da drei Innenverteidiger, die sich auf diese beiden Stürmer konzentrieren müssen. Also, es ist halt, ja, es sind halt zwei sehr, sehr gefährliche Spieler, die du auch erst mal bewachen musst. Deswegen glaube ich, also, ich glaube, ich würde sogar zwei Spitzen bevorzugen, einfach weil du keinen von beiden aus den Augen lassen darfst. Und vielleicht bietet sich dann auch, ich meine, wir haben immer noch einen Kostic oder einen Younes, die sind auch für ein Tor mal gut. Vielleicht bietet sich dadurch ja auch eine Lücke für Kostic mit seinem Schuss, vielleicht holt er nochmal so einen raus oder was auch immer. selbst wenn das nur als Lückenreißer dient, ist auch schon viel getan. Oder halt, ansonsten steht halt mal einer frei. Das ist, man kann nicht immer alle Augen überall haben. Das ist so, ja. Was mir halt auch an der Doppelspitze momentan, gerade aufgrund der fehlenden Alternativen auf der Zehen dann auch, wenn du jetzt sagst, ach komm, dann stellen wir einen Barkok dahin, da kriege ich Magenschmerzen, weil ein Barkok leider immer im Aufbauspiel dann irgendeine Dödelerei da gut ist und dann hast du im Endeffekt, bringst du Leipzig voll ins Rollen, alles in der Vorwärtsbewegung und dann geht es in Vollgas nach hinten. Das ist meiner Meinung nach, gegen so einen Gegner brauchst du Spieler, die auch nicht diese Verspieltheit am Ball oder diese, manchmal, ich muss sagen, Barkok ist einfach manchmal leichtsinnig mit dem Ball und das brauchst du, darfst du hier eigentlich nicht haben und wenn jetzt ein Kamada hier auch noch fehlt, der ja auch für manchmal so Dinger natürlich auch bekannt ist, aber wo man sagen muss, ich glaube mit dem System eine Zehn und Doppelspitze, Patrizia, du hast das sehr gute Ebene auch nochmal zusammengefasst, dass einfach natürlich dadurch auch die Räume für die anderen ein bisschen größer werden, kann gerade auch für einen Kostic oder Junis dann sicherlich zu der einen oder anderen gefährlichen Situation nochmal führen, eigentlich eine gute Sache. Ihr geht jetzt schon sehr davon aus, dass Junis dann auf dieser Zehn spielen wird, was ist denn, wenn Kamada wieder fit ist, wäre das nicht auch eine Option, ihn alleine da spielen zu lassen, weil ich schon so ein bisschen das Gefühl hatte, dass Junis so ohne direkten Nebenmann so ein bisschen ja unzufrieden ist an der Stelle oder nicht so performt, wie man es hätte. Du meinst, das ist nur Gewohnheitssache quasi? Ich glaube tatsächlich, dass, also meiner Meinung nach ist der Junis gerade im Sinne des Abschlusses und da muss man ja wirklich sagen, da ist eine große Schwäche von Kamada, dass das doch manchmal ja ein Kinderschuss ist aus der zweiten Reihe, da würde ich schon auf einen Junis setzen, der dann schon auch teilweise ein ordentliches Fund auspacken kann, denn so viele Situationen vorne wirst du nicht haben, oder? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Also ich erinnere mich an so den einen oder anderen Abschluss jetzt gegen Stuttgart von Silva am Wochenende, wo ich auch gedacht habe, also den hätte man jetzt schon mal mit Kraft schießen können. Also da kannst du auch ähnliche Argumente immer mal wieder anbringen. Auf jeden Fall, ich will hier nicht sagen, dass Kamada der Einzige ist, der hier mal an seinen Abschlüssen arbeiten kann. Nein, ist einfach was, das sollte eigentlich nicht gegen Kamada sein, sondern pro Junis, der hat einfach einen gefährlicheren Abschluss und kann aus der zweiten Reihe auch noch mal gefährlich draufziehen. Im Endeffekt ist es dann eine Geschmackssache, denn Junis hat sicherlich seine Qualität, Kamada hat auch seine Qualität, ist die Frage, wann wird er fit und wie fit ist er dann? Denn Kamada mit nur 90 Prozent, glaube ich, bringt uns weniger das nicht. Also wenn er nicht komplett fit ist, dann glaube ich das nicht. Ich bleibe trotzdem bei meinem Take und das war auch das, was ich jetzt hier, ich glaube, der Leon hat das im Chat auch geschrieben, wenn Kamada fit ist, dann gehe ich fast davon aus, dass Kamada hinter den beiden Spitzen spielt und man da an der Stelle ein bisschen rotiert. Aber wir lassen jetzt mal Junis drinstehen, weil ich glaube tatsächlich, also wir wissen es ja noch nicht genau, wie fit die tatsächlich sind. Patrizia, wie ist denn dein Take zu Kamada oder Junis? Weiß nicht, bei mir geht erstmal kein Weg an Junis so wirklich vorbei, also der hat mir schon sehr, sehr gut gefallen, auch wenn es jetzt zuletzt halt wirklich ein bisschen verhaltener war, ich glaube aber auch, dass er sich, ja wie Dennis schon meinte, da einfinden muss und ich glaube, das schafft er auch recht schnell, also der hat sich ja sehr, sehr schnell auch generell in die Mannschaft eingefügt und ich finde halt einfach erst ein bisschen bissiger als, wie oft habe ich bissig in dieser Sendung gesagt, okay, egal, zu oft. Jedenfalls ist er ein bisschen bissiger als Kamada, habe ich das Gefühl und halt einfach diese, diese Attitüde, die der auf den Platz bringt, das gefällt mir sehr gut und das würde ich irgendwie ungern vermissen, zumal man ja auch bedenken muss, Junis hat auch selten 90 Minuten durchgespielt, der muss dann halt auch irgendwann raus, Kamada ist halt nicht dieser Bankspieler, das hat ja glaube ich Marvin so oft beklagt, dass er irgendwie nicht so gut von der Bank kommt, deswegen ist das auch ein bisschen schwierig. Aber du sprichst da natürlich so einen wichtigen Punkt dann gerade gegen so einen Gegner wie Leipzig, wo wir ja gerade eben gesagt haben, du brauchst auch so ein bisschen Körperlichkeit und einen, der vielleicht auch mal das ein oder andere Argument auspackt, das wäre natürlich wieder so ein Punkt für einen Junis als den, wie hat Kollege Reich ihn genannt, Meckerrentner oder ich glaube, der kann dann da auch den einen oder anderen auch gerade in der Leipziger Abwehr schon auch mal so ein bisschen klein, wirbelig und auch gerne mal ein Wort auf den Lippen, das könnte auch von Vorteil sein. Ich finde ihn auch tatsächlich schwerer vom Ball zu trennen als Kamada, also er ist irgendwie hartnäckiger. Andererseits, also ich will da gar nicht so, ich finde, es ist halt ein Luxusproblem, ich weiß es nicht, zum Glück muss ich es nicht entscheiden, weil ich finde, beide haben so ihre Pro und Kontras und mir gefällt auch Kamada sehr gut, das ist ein Spieler, also weiß ich nicht, dass wir überhaupt diese beiden Spieler zur Auswahl haben und uns für einen entscheiden müssen, ist halt tatsächlich ein Luxusproblem oder wir entscheiden uns halt nicht und spielen mit einer Spitze und mit beiden zusammen wieder, warum auch nicht? Da musst du halt, da hast du halt das gleiche Problem im Sturm dann, wen stellst du auf, Jovic oder Silva? Es ist halt ein Luxusproblem, das hat man, ja, eigentlich muss man es gerne haben, andererseits tut es einem auch im Herzen weh zu wissen, du kannst nicht immer alle zufriedenstellen mit der Aufstellung. Aber es gibt definitiv unschönere Entscheidungen als die, die man da trifft. Tatsächlich, ja. Gut. Dann seien wir mal froh, dass alle fit sind, also einigermaßen, Kamada ist jetzt so ein bisschen, aber da bin ich auch froh, dass wir überhaupt die Wahl haben und sich es nicht von selbst aufstellt. Auf jeden Fall, ja. Das auf jeden Fall. So, dann hätte ich jetzt gerne hier noch Ergebnistipps von euch und die Dame darf anfangen. Ja, ich sag mal 1-1 nochmal. Nochmal? Can we do it again on a rainy Sunday? Da wäre ich sehr zufrieden, muss ich tatsächlich sagen. Das ist, das ist gut. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass es, ich will nicht gegen die Eintracht tippen, dementsprechend, ich glaube aber, dass mehr Tore fallen. Also 2-2. 3-3. 3-3. Oha. Tennis. Ich bin, umso länger wir drüber geredet haben, voller Euphorie und weil ich ja, wie gesagt, mir am Ende der Saison nicht einreden müssen, dass wir irgendwie dafür gesorgt haben, dass dieser Verein vielleicht sogar noch deutscher Meister wird. Sag ich, wir gewinnen dort einfach 3-0 und damit ist das Thema durch. Ja, würde ich nehmen. Silva, Jovic und Kostic, jeder darf einmal und das ist schön. Das ist in Ordnung. Ja, Junis holt sich eine gelbe Karte ab, weil er versucht hat, irgendwie Faustkampf mit Klostermann zu führen. Also, könnte, könnte viel Spannendes drin haben. So, und jetzt müssen wir noch mal so ein bisschen auf diese Sektion Aktuelles, die wir ja hier immer haben, drauf schauen. Wir haben ein paar Dinge, die man ja jetzt vermelden kann, die jetzt offiziell geworden sind. Wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen, dass Ben Manga seinen Vertrag verlängern wird. Das ist jetzt offiziell gemacht. Er bleibt bis zum 30.26. war glaube ich 30.6. oder ja, 30.6. Und kriegt noch mal so ein bisschen Kompetenzen tatsächlich jetzt drauf. Was ist der Titel? Direktor Profifußball ist jetzt die offizielle Titelbezeichnung, ne? Ja. Glaube ja. Also, bekommt noch mal ein bisschen Kompetenzen dazu. Gleichzeitig hat jetzt auch Hasebe seinen Vertrag noch mal offiziell um ein weiteres Jahr verlängert bis Ende Juni 2022. Also, die beiden wichtigen Sachen plus eben das, was wir ja letzte Woche schon gesagt haben, dass Fütter gesagt hat, er bleibt und damit diese Gerüchte um einen möglichen Wechsel nach Gladbach eine Absage erteilt hat. Das ist dann ja jetzt ja schön in diese gerade unklaren Situationen, die man da sonst noch hat, da das jetzt auch noch mal offiziell zu haben. Dem entgegen steht dann, dass Spicher, der ja so auch unser in der letzten Woche favorisierter möglicher Nachfolger von Bobic sich auch sehr klar geäußert hat, nämlich, dass er bis Ende 2022, also Ende der Saison 2022, noch einen gültigen Vertrag in Bern hat und den auf jeden Fall erfüllen wird. Das ist dann halt so ein bisschen das, was jetzt gerade dem entgegensteht. Das ist dann so ein bisschen meh. Was war so eure Reaktion, nachdem von ihm diese klare Aus oder klare Absage in die Richtung kam? Oder glaubt ihr, es ändert sich noch was, Dennis? Ich muss tatsächlich sagen, das ist ja so schön, dass du hier etliche Namen hast und alle obligatorisch auf ihre bestehenden Verträge verweisen und wie glücklich sie sind und dass alles okay ist. Keine Ahnung, inwieweit das auch wieder Pokern ist, denn auch ins Bücher wird ein Teufel tun und wahrscheinlich jetzt schon sagen, hey, cool, Eintracht, ich komme dann, das wird so nicht funktionieren. Keine Ahnung, inwieweit er da dann zur Verfügung steht. Ich hoffe einfach, dass sie viele Optionen haben, wenn es tatsächlich so ist und eine klare Absprache ist, die intern sicherlich dann stattgefunden hat und wo nochmal genauer sicher abgesprochen wurde, passt oder passt nicht. Wenn es so ist und Bücher steht nicht zur Verfügung, dann müssen wir es akzeptieren und dann hoffe ich einfach drauf, dass wir gute Alternativen haben und daran gut gearbeitet wird, denn wenn du dir das so anschaust, du kriegst ja hier jeden Tag oder ich weiß gar nicht, alle fünf Stunden kriegst du irgendeinen Namen präsentiert, der angeblich dann sich genötigt fühlt. Da sind ganz schön Horrormeldungen dabei. Effenberg ist jetzt kein Name, den ich da lehnen würde. Ich weiß nicht, hat Lothar Matthäus schon gesagt, dass er nicht zur Verfügung steht oder will der jetzt mal die Nachfolge von Jogi Löw machen? Ich weiß es nicht. Also so war mein Eindruck. Patricia, wie war es denn für dich? Ja, also es ist immer schwer einzuschätzen, halt was jetzt Pokern ist, was nicht. Ich fand das schon sehr, sehr deutlich formuliert. An sich schade, weil das Bücher ja doch eine attraktive Option gewesen wäre, finde ich. War auch so meine, von all denen, die da rumgegeistert sind, meine Wunschoption. Wenn sich es jetzt halt nicht ergibt, dann okay, dann ist das so, dann muss man halt schauen. auch die diversen anderen Namen, die schon rumgegeistert sind, haben ja zum Teil abgesagt beziehungsweise gesagt, hey, ich möchte bei meinem Verein bleiben, ich fühle mich hier so wohl. Gut, wenn es danach geht, dann kriegt die Eintracht halt gar keinen, was ich nicht glaube. Das heißt, ja, weiß nicht. Ich finde es halt momentan irgendwie schwer, weil das alles so sehr, sehr, sehr spekulativ ist momentan. Ja. Und ich dazu nicht viel sagen kann, weil, weiß halt nicht, wer steht jetzt wirklich im Raum, wer nicht, an wem sind sie auch wirklich interessiert. Also das heißt ja nicht, weil ein Name durch die Medien geistert, dass die Eintracht auch Interesse da angemeldet hatte. Von daher, keine Ahnung. Und das ist tatsächlich der Punkt, der mich damit noch am meisten irgendwie gerade stört, ist, dass das halt gerade alles so sehr spekulativ ist und das halt mehr Unruhe tatsächlich reinbringt, als all diese Situationen sonst. Also wir können es nicht richtig beurteilen, weil wir bei den, wie haben wir es im Vorgespräch so schön gesagt, bei den Internas, die ja absichtlich nicht nach außen drängen, weil es halt Internas sind, obviously, nichts sagen können und von daher viel Spekulation ist und man sollte sich halt jetzt einfach darauf konzentrieren, Fußball zu spielen, diese Punkte einzufahren und den Rest werden die Leute klären, die dazu nämlich was sagen können. Und das ist der Aufsichtsrat und wenn ich das richtig verstanden habe, dann findet jetzt am Mittwoch eine Aufsichtsratssitzung statt, die ja sowieso schon geplant war und jetzt keiner so richtig weiß, was diese Aussagen, die jetzt da letzte Woche getätigt worden sind, dafür ein Spiel sind, um da halt irgendwas zu tun. Aber am Mittwoch wird es diese Aufsichtsratssitzung geben, dann wird man sich entscheiden, wie man da weitermacht. Da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Spekulationen, was da passieren könnte, die da im Raum stehen. Und die sollte man jetzt an dieser Stelle halt einfach abwarten. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann planen die Kollegen von Fußball 2000, da je nach Outcome und Berichterstattung am Donnerstag nochmal eine Sendung zu haben. Von daher würde ich jetzt einfach mal in weiser Hoffnung oder in großer Hoffnung, dass die Kollegen da was machen, da drauf verweisen, dann wird man da nochmal aktuellere Infos haben, als jetzt hier irgendwie Spekulatius hin oder her. Und dann können wir noch auf das Thema Transfer gucken. Wir hatten ja beim letzten Mal gesagt, dass der Vertrag zwischen Ali Ackmann und Bursasboa aufgelöst worden ist und dass das jetzt eine Option wäre, dass er tatsächlich früher zur Eintracht kommt. Und das ist tatsächlich jetzt auch passiert. Er hat am Montag, glaube ich, gestern war Montag, ja, einen Vertrag unterschrieben, der mit sofortiger Wirkung gilt bis zum Ende der Saison 20-25, ist allerdings dann auch erst ab der nächsten Saison spielberechtigt, aber ist jetzt zumindest schon mal da, macht jetzt hier noch alle Formalitäten mit Quarantäne und Corona-Test und so weiter und hat dann zumindest schon mal die Möglichkeit, die Mannschaft kennenzulernen, am Training teilzunehmen, die ganzen Gewohnheiten und Abläufe so ein bisschen kennenzulernen, was ja, glaube ich, jetzt auch schon mal ganz gut ist und halt eben einfach auch hier mittrainieren zu können, was er ja in der Türkei derzeit nicht hätte gekonnt hätte. Von daher ist es, glaube ich, jetzt schon mal ein schönes Ding. Und er hat auch schon gesagt, er freut sich riesig drauf, vor voller Hütte zu Hause zu spielen und ich kann nur sagen, ich würde mich auch drauf freuen, vor voller Hütte ihn da spielen zu sehen. Aber da müssen wir bei gegebener Zeit drüber reden. Jetzt habe ich mal eine Frage zu der Meldung, was mich ein bisschen gewundert hat. Er unterschreibt einen Vertrag, der ab sofort gültig ist. Das heißt, wir bezahlen ja auch jetzt sein Gehalt sozusagen und er ist jetzt bei uns angestellt und so weiter. Korrekt. Ab sofort. Ja. Also das war jetzt eine Regelung, weil er sonst im Endeffekt jetzt hätte der Vertrag von der anderen Seite, auch wenn der aufgelöst wird, hat er doch normalerweise dann den Anspruch, dass die zumindest die Zahlung und so weiter noch vornehmen. Ist das nicht ein bisschen Geldverschwendung von unserer Seite? Er hätte nicht einfach vertraglos dann bei uns einfach mittrainieren können und so weiter? Was ist das? Hat mich einfach ein bisschen gewundert, warum du jetzt diese drei Monate, es geht wahrscheinlich hier um Kleingeld im Vergleich. Im Fußballsektor ist das wahrscheinlich Pille, Palle und man sagt da, aber so vom normalen Menschenverstand her, habe ich nur gedacht so, hä? Ja, auf der einen Seite finde ich das schon auch ein Statement gegenüber dem Spieler, nicht nur zu sagen so, ey, wir haben Vertrauen in dich und wir wollen, dass du hier kickst, sondern wir sind auch bereit, das zu honorieren. Natürlich hättest du sagen können, ey, schön, dass du da bist, kick doch einfach mal so mit und dann reden wir in zwei Monaten drüber über Geld. Ich finde das halt schon auch ein Statement gegenüber dem Spieler, zu sagen, nee, du bist uns wichtig und hier ist dein Vertrag und du bist ab jetzt Angestellter des Vereins und kriegst auch ab jetzt dein Geld. Und was ich mir auch vorstellen kann in so einem Land wie Deutschland ist so ein Thema mit Versicherungsschutz, dass der nämlich dann auch nicht versichert ist, wenn der da keinen Vertrag hat und mitkickt und dann, weiß der nicht, wie es ist, irgendwie der Stollen hier richtig rangeschraubt und fällt auf die Nase und dann hast du das Problem mit, wer zahlt dann am Ende hier die Verletzung. Also das kann ich mir in so einem Land wie Deutschland auch durchaus vorstellen. Von daher, vielleicht gar nicht verkehrt. Nee, nee, hast du auf jeden Fall. Ich dachte ja, er kriegt ganz normal noch sein Gehalt oder sein Geld, was er normalerweise auch in der Türkei bekommen hätte. Nee, der Vertrag ist ja aufgehört. Also ich weiß nicht, wie die Rechte da sind. Vielleicht war das tatsächlich dann auch ein Deal hinter den Türen, dass man gesagt hat, okay, komm, ihr löst den Vertrag auf. Wir geben ihm einen Vertrag, damit spart ihr Geld und wir haben den Spieler schon die drei Monate, tun uns nicht weh. Weiß ich nicht, keine Ahnung, vielleicht ist auch tatsächlich Vertragsrecht in der Türkei was anderes. Ich tue mich ja schon schwer damit, irgendwie deutsches Recht zu durchschauen. Jetzt frag mich nicht nach rechtlichen Situationen in anderen Ländern. Das ist, glaube ich, nicht der Einzige. Ja, genau. Nee, nee, verstehe ich. Also wie gesagt, das hatte mich einfach nur so ein bisschen gewundert, aber alles nachvollziehbar, was du sagst, ja. Und es sind, wie du sagst, auch wahrscheinlich eh nur Peanuts. Im Vergleich zu dem einen oder anderen ist das wahrscheinlich echt kein großes Geld. Ja. So, dann war noch eine andere Meldung oder Diskussion, die sich heute so ein bisschen aufgetan hat und du hattest es auch gerade hier reingeschrieben, Dennis, nämlich das Thema Kaufoptionen bei Younes, wo ja, wie ich das verstanden habe, in dieser Zwei-Jahres-Leihe eine im Verhältnis zum Wert des Spielers wahrscheinlich eher auch geringe Ablösesumme drin ist. Ich weiß nicht, was die letztendlichen Zahlen sind. Ich glaube, sie liegen irgendwo so um die drei Millionen. Genau, genau. Ja, das hatte ich auch gelesen. Und so ein bisschen die Frage ist, ob man die ziehen soll. Ich ärgere mich tatsächlich, dass hier drei Millionen stehen. Im Football-Manager in meinem Safe-Game waren es nämlich fünf Millionen festgeschriebene Ablösesumme. Die habe ich trotzdem gezogen. Aber drei Millionen sind halt schöner. Was wäre so eure Meinung? Direkt ziehen? Also drei Millionen bezahlen, Spieler haben und Gutes oder einfach nochmal laufen lassen? Was würdet ihr tun, wenn ihr das entscheiden dürftet? Patricia, was würdest du tun? Nö, absolut. Ich würde das einfach machen. Also ich würde ihn jetzt so schnellstmöglich an den Verein binden, fest verpflichten. Und ich meine, man sieht ja, was er für einen Stellenwert jetzt schon in der Mannschaft hat, wie er auch spielerisch weitergeholfen hat. Das ist eine absolute Bereicherung fürs Team, auch menschlich tatsächlich. Von daher, ich glaube, da kann man nicht viel falsch machen. Und ich finde, das ist schon fast wieder ein bisschen frech, wie wenig man für so einen Spieler dann doch zahlt. Also von daher, glaube ich, ist das ein rundum guter Deal und ich würde das, glaube ich, schnellstmöglich festmachen, wenn ich was zu sagen hätte. Habe ich nicht, aber ich hoffe, dass die Verantwortlichen das ähnlich sehen tatsächlich. Okay. Gehe ich voll mit, ja. Du würdest auch. Auf jeden Fall. Die Frage ist ja im Endeffekt, wenn du es nächstes Jahr ziehst, diese Kaufoption, also ich sage mal, wenn du da auch die drei Millionen, ich glaube jetzt und hoffe jetzt mal nicht, dass er sich verletzt oder jetzt ein absolutes Leistungstief fällt oder sonst irgendwas, der große Vorteil ist, du hast vorhin bei Ackmann was Wichtiges gesagt, nämlich dieses Vertrauen zeigen, ah komm, du bist uns das wert und du bist ein toller Kerl und hast super gearbeitet, du hast das Jahr jetzt richtig was gebracht, vielleicht dann auch schon wieder Werte zu schaffen im nächsten Jahr. Er ist jetzt, glaube ich, auch schon 27 oder wird er 28? Ich weiß gar nicht. Er wird, glaube ich, 28 dieses Jahr. Es ist natürlich dann vielleicht auch nochmal ein großer Wechsel dann möglich hinten raus. Weiß ich nicht, wäre natürlich dann auch die Möglichkeit zu sagen, du kaufst ihn jetzt, nutzt ihn dann im Endeffekt nochmal 22, hat er nochmal eine geile Saison und vielleicht verlässt er uns dann nochmal zu einem anderen Spitzenklub. Muss mal schauen. Ich denke, du machst nichts falsch und die Summe, Patrizio, hast du schon richtig gesagt, also es ist ja fast schon unangenehm, dass man für so einen Spieler nur drei Millionen der heutigen Zeit bezahlt. Das ist wirklich verrückt. Also deshalb hoffen wir mal, dass auch der nächste Verantwortliche so schöne Deals ausmacht bei der Eintracht. Ja, wie gesagt, ich würde die Option auch durchaus ziehen. Es wäre halt auch tatsächlich, wie gerade eben ähnlich bei Ackmann, auch nochmal eine klare Aussage gegenüber dem Spieler zu sagen, wir wollen den nächsten Schritt in der Weiterentwicklung der Mannschaft und der Eintracht tun und du gehörst dazu. Ich glaube, das ist auch so ein Statement, was du durchaus machen kannst und auf der Gegenseite in Junis das auch durchaus sehr positiv annehmen würde. Also von daher, glaube ich, macht man da wenig falsch. Mal gucken, das ist ja dann auch wieder sowas, das könnte auch so ein bisschen damit stehen und fallen, auch wie diese Entscheidungen am Mittwoch in dieser Auftrittsratssitzung sind, weil irgendeiner muss ja dann auch mit den Menschen über Vertragsoptionen und so reden. Von daher, ja, let's see. Dann haben wir noch eine kleine Guttetat der Woche, die noch nicht stattgefunden hat, aber die ihr da draußen tun könnt. Deswegen haben wir jetzt hier kein Jingle daraus, aber die liebe Silke hat uns einen Kommentar auf eintracht-podcast.de unter der letzten Folge hinterlassen und hat nochmal darauf hingewiesen und das finde ich einen sehr guten Hinweis, dass ja am Wochenende Wahlen sind in Hessen und dass es ja wichtig ist, sein Grundrecht der Wahlfreiheit ja wahrzunehmen und deswegen möchten wir diesem Aufruf oder diesem Hinweis folgen, nehmt euer Wahlrecht wahr, geht am Wochenende wählen oder macht Briefwahl. Ich weiß nicht, wie das tatsächlich Das ist, glaube ich, jetzt zu spät, ne? Ja, weiß ich gerade nicht. Das zu beantragen, also wer es nicht beantragt hat bis jetzt, ja, weiß ich nicht, wie die Fristen da tatsächlich sind. Ich weiß noch, wie gesagt, hier bei uns war im letzten Jahr Kommunalwahl, da gab es verlängerte Regelungen, da konntest du relativ kurzfristig tatsächlich auch die Briefwahlunterlagen noch beantragen. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist, da kann man sich aber sicherlich schlau machen. Da gibt es ja Übersichtsseiten, da werden wir auch mal eine verlinken oder halt ansonsten unter entsprechenden Corona-Sicherheitsbedingungen dann einfach in die Wahllokale gehen. Der Tom schreibt gerade in den Chat, man hat noch zwei Tage Zeit, Wahlunterlagen zu beantragen. Das wäre tatsächlich so meine Vermutung gewesen. Also von daher, nutzt die Chance noch, nehmt die Möglichkeit wahr, geht wählen. Es ist sehr, sehr wichtig. Demokratische Wahlen sind ein wichtiges Gut und wir sollten sie so lange wie möglich eben auch erhalten und wahrnehmen. Von daher, ja, überlegt euch, wen ihr wählen wollt, guckt, welche Informationen es gibt. Ihr habt noch die Möglichkeit, Briefwahlunterlagen zu beantragen und ansonsten eben unter entsprechenden Sicherheitsauflagen mit dem Tragen von Masken wahrscheinlich, etc., dann am Sonntag ein Wahllokal besuchen und dort eure Stimme abgeben. Das halten wir für wichtig. Sehr gut, ja. Und dann haben wir hier noch zwei kleine Empfehlungen und da gibt es wiederum den Jingle, den ich hoffentlich jetzt hier gleich finde. Da ist er. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. Und natürlich auch Patricia. Nicht ganz. Nicht ganz. Dafür mit Patricia, die vielleicht auch noch gleich eine Empfehlung hat. Schauen wir mal. Denn lieben Marvin konntet ihr jetzt hier heute nicht hören, weil Arbeiten und so, das ist manchmal notwendig. Ihr habt aber die Möglichkeit, den Marvin an anderen Stellen zu hören. Nicht nur bei Fußball 2000 oder bei seinem Wrestling-Podcast, sondern der Marvin war auch bei Rund um den Bus dringend dem entsprechenden VfB-Podcast zu Gast und hat dort mal über, ja, auch das 1 zu 1 gesprochen und auch über die Thematik Bobic, weil er hat da ja auch eine Historie und wir verlinken euch mal die aktuelle Sendung und dann könnt ihr da auch gerne nochmal im Nachgang reinhören und auch gerne Kommentare bei den Kollegen hinterlassen. Die machen auch einen sehr schönen Podcast und diesmal eben mit dem Marvin und die sprechen dort über das 1 zu 1. So, und jetzt hatten wir vorhin schon die App geteasert und diese App hat noch einen weiteren großen Vorteil neben Aufstellung und Matchcenter und aktuellen Dingen. Sie zeigt euch nämlich auch direkt eure Mitgliederpreise im Fanshop an und das ist aus einem ganz bestimmten Grund gerade wichtig, weil, Dennis? Weil bis zum 15. März noch 25% auf fast alles für Mitglieder im Eintracht-Fanshop ist, auch schon genutzt. Wer ein bisschen Merchandising-Zeug bestellen will, ist ja immer, ich glaube erst ab 100 Euro ist, glaube ich, erst Versandkosten frei. Die hat man natürlich mal wieder schnell geknackt, aber schöne Sachen. Leider teilweise schon vieles, gerade wenn ihr auf der Suche nach so Jacken und so Zeug seid, da ist die Größenauswahl teilweise schon etwas ausgesucht. Also lieber heute als morgen ins Internet nochmal gehen, in die App gehen und gucken, was noch so verfügbar ist. Aber 25% glaube ich, gerade wenn man noch ein bisschen Interesse hat, bald ist Ostern, vielleicht findet da der ein oder andere noch was. Genau. Habt ihr noch irgendwas Schickes, was ihr irgendwie an Ostern für die Kinder im Garten verstecken könnt, Quietscheente oder irgendwas. Unter anderem haben die im Fanshop ja auch dieses 59 Eintracht-Orte-Buch, was wir ja auch ja schon mal erwähnt haben. Das kann man da im Fanshop auch erwerben. Von daher schaut da mal rein, nutzt die App, dann seht ihr auch gleich die Mitgliederpreise. Habt ihr sonst noch was an Empfehlungen, Patricia? Du musst ja hier auch nochmal was empfehlen. Ja, kann ich tun. Sogar in eigener Sache so ein bisschen. Und zwar gibt es ein neueres Projekt, das ist diese Saison, mitten in der Saison angelaufen und zwar ist das ein Newsletter, der heißt Carewoche Newsletter und da schreiben Bloggerinnen und Blogger oder auch Fans diverser Vereine, also eigentlich von jedem Bundesliga-Verein, jede Woche auf, was so in dieser Woche wichtig war für ihren Verein, also das vergangene Spiel, der kommende Gegner und die News der Woche und für die Eintracht mache ich das tatsächlich, von daher könnt ihr da gerne mal reinlesen, ist einigermaßen, wir sind angehalten, es kurz zu halten, das gelingt uns eigentlich, glaube ich, auch immer ganz gut und da kann man vielleicht auch immer mal reinschauen, auch was den nächsten Gegner betrifft, um mal so zu schauen, was bei denen gerade so los ist, weil man das ja auch nicht immer auf dem Schirm hat, wenn man die irgendwie die Woche viel zu tun hat und von daher eigentlich auch ganz empfehlenswert und verlinken wir bestimmt auch noch irgendwo in den Shownotes oder so. Ja, machen wir auf jeden Fall. Ist das denn ein Gemeinschaftsprojekt? Wo kommt das her, diese, wie die Idee oder wer steckt denn dahinter generell noch, Patricia? Außer jetzt, wenn du sagst, du bist für die Eintracht zuständig, wer leitet das denn oder von wem kommt das denn? Ähm, die Idee hatte, soweit ich weiß, ähm, Max Müller, das ist ein VfB-Stuttgart-Fan, der ist, ähm, auch ab und zu bei Rund um den Brustring dabei, was gerade auch hier angeteasert wurde und, äh, der hatte, der kam mit der Idee auf, auf mich und auch auf die anderen zu und, äh, hat das so ein bisschen organisiert und, ähm, ja, lädt das alles dankenswerterweise auch immer jede Woche hoch unsere Takes und verschickt den Newsletter dann auch, also man kann sich tatsächlich auch per E-Mail anmelden und bekommt das dann einfach jede Woche, jeden Mittwoch normalerweise, diese Woche ist es Donnerstags, weil Mittwoch ja noch das Nachholspiel ist von Bielefeld und Bremen. Ach, stimmt. Ähm, ja, das kommt eigentlich jeden Mittwoch, so mittags meistens, in den, in deinen Posteingang und dann kann man das ganz bequem durchlesen. Cool, okay. Die Kollegen von FC kommen, schreiben da zum Beispiel auch mit und so, also durchaus auch Namen, die man kennt und nicht erschrecken, also Patricia sagt, die versuchen, sich kurz zu fassen, aber wenn 18 Fans und Blogger und Podcaster von 18 Fußballvereinen sich kurz fassen, dann wird das Ding trotzdem relativ lang. Das sieht erstmal sehr, sehr lang aus, ja, aber man kann sich ja auch immer, je nachdem, wie viel Zeit man hat, das rauspicken, was einen gerade interessiert. Genau. Ich schaue da auch immer tatsächlich, was die vergangenen Gegner über die Eintracht so geschrieben haben, um zu gucken, ob irgendjemand lästert und ja, auch was, was so bei den kommenden Gegnern so gerade abgeht, was vielleicht verpasst man ja den ein oder anderen Struggle, den die haben und man kann sich irgendwie damit nochmal pushen oder man bekommt Angst, weil die gerade den krassesten Lauf der Welt haben. Ja, also auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Ich lese den auch sehr gerne. Von daher, wir hauen euch das mal in die Show Notes. Ihr könnt, glaube ich, auf der Webseite, wenn ich das richtig sehe, auch die älteren Versionen oder die bisher erschienenen Versionen euch anschauen. Dann kriegt ihr vielleicht auch nochmal ein Gefühl dafür, ob das was für euch ist und ansonsten E-Mail-Adresse hinterlegen und dann kriegt ihr den jede Woche in, wie so ein klassischer Newsletter halt eben, in euer Postfach und dann könnt ihr das da lesen und könnt gucken, was die Patricia da Schönes über die Eintracht schreibt. Fast schon antik, dieses Newsletter-Ding. Nostalgie. Ja, für so Menschen wie mich über 30 ist das schön. Ja, tatsächlich. Ja, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann, ja, würde ich sagen, haben wir es auch für diese Woche wieder geschafft. Wir bedanken uns für das fleißige Zuhören, für die fleißige Unterstützung und für das Mitmachen hier während der Aufnahme wieder im Chat. Gab wieder schöne Ergänzung. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, Empfehlungen haben wir euch gerade eben noch mitgegeben. Ihr könnt natürlich auch wie jede Woche wieder ab Freitag unseren Kurzvorschau nochmal auf den Spieltag bei den Kollegen vom Spiegel, bei den Fan-Experten lesen. Das ist dann auch so ähnlich wie ein Newsletter, nur in der Tat halt wirklich kurz. Da könnt ihr gerne nochmal reingucken. Und ja, ansonsten in der nächsten Woche gerade noch so ein bisschen unklar, wann und wie Folge. Von daher da einfach mal die Social Media im Auge behalten. Wir werden versuchen, das rechtzeitig vorher nochmal anzukündigen. Ja, und dann wünschen wir euch noch eine angenehme Restwoche und melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Hey, hey, el caravan von. Hey, 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 Edgarạch. Hey, 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 hey